Seit Menschengedenken gibt es die sogenannten Anderen. Vampire, Gestaltwandler, Hexen, Schwarzmagier. Unerkannt leben sie in unserer Mitte und sorgen dafür, dass das Gleichgewicht zwischen den dunklen Anderen und den hellen Anderen gewahrt bleibt. Zwei Organisationen, den Wächtern der Nacht und den Wächtern des Tages, obliegt es den vor langer Zeit geschlossenen Waffenstillstand, den großen Vertrag zu überwachen und jegliche Verstöße zu ahnten. Doch plötzlich tauchen anonyme Hinweise auf, dass jemand einen Anderen durch Erpressung zwingen will, ihn in einen Anderen zu verwandeln, was als unmöglich gilt. Die Nachtwache wird mit der Untersuchung beauftragt und findet heraus, dass der Erpresser ein Sohn Gesers und Olgas ist, von dessen Existenz sie erst vor kurzem erfahren haben. Wer aber ist der Andere, der ihm die Verwandlung versprochen hat? Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Erste Geschichte Niemandszeit Irgendwann zwischen Wisotzki und Okuchawa sind in Moskau die echten Höfe verschwunden. Seltsam. Selbst nach der Revolution, als man der Küchenfront den Kampf ansagte und zu diesem Zwecke in den Häusern die Küchen abschaffte, tastete man die Höfe nicht an. Zu jedem stolzen Stalinbau, der seine Potjomkinsche Fassade dem nächstgelegenen Prospekt zuwandte, gehörte unbedingt ein Hof. Ein großer, grüner Hof mit kleinen Tischen und Bänken und mit einem Hausmeister, der morgens den Asphalt fegte. Dann brach die Zeit der vierstöckigen Plattenbauten an, und die Höfe schrumpften in sich zusammen, wurden kahl, die einst so gemütlichen Hausmeister wechselten das Geschlecht und verwandelten sich in Hauswarttinnen, die es für ihre Pflicht hielten, übermütigen Jungs die Ohren lang zu ziehen und die Mieter zu tadeln, die betrunken nach Hause kamen. Trotzdem gab es noch Höfe. Doch dann, als habe jemand aufs Gaspedal gedrückt, schossen die Häuser in die Höhe, erst neun, dann sechzehn und schließlich vierundzwanzig Etagen, als werde jedem Haus mehr Raum, aber nicht mehr Fläche zugebilligt. Die Höfe verkümmerten bis auf den Platz direkt vorm Hauseingang. Die Türen gingen jetzt direkt auf die Straße hinaus. Hausmeister und Hauswarttinnen verschwanden, an ihre Stelle traten die Angestellten der Wohnungsverwaltung. Freilich, später kehrten die Höfe zurück, jedoch, als nähmen sie es krumm, derart vernachlässigt worden zu sein, nicht zu allen Häusern. Die neuen Höfe säumte eine hohe Mauer. In der Pförtnerloge saßen geschniegelte junge Männer, unter englischem Rasen versteckte sich eine Tiefgarage. In diesen Höfen spielten die Kinder unter Aufsicht ihrer Kindermädchen. Durch nichts zu erschütternde Bodyguards zogen betrunkene Mieter aus BMW und Mercedes, und die neuen Hausmeister beseitigten mit kleinen deutschen Fahrzeugen den Müll vom englischen Rasen. Das hier war einer jener neuen Höfe. Die Hochhaustürme am Ufer der Moskwa kannte ganz Russland. Sie galten als das neue Symbol der Hauptstadt, anstelle des alten Kremls, der seinen Glanz eingebüßt hatte, und des Zum, das nun von Zentralen zu einem ganz normalen Kaufhaus geworden war. Die Uferstraße aus Granit, eine eigene Anlegestelle, Hauseingänge mit venezianischem Stuck, Cafés und Restaurants, Schönheitssalons und Supermärkte und natürlich Wohnungen mit zwei, dreihundert Quadratmetern. Wahrscheinlich brauchte das neue Russland ein solches Symbol, ein pompöses und kitschiges Symbol wie eine dieser dicken Goldketten, die all diejenigen um den Hals trugen, die gerade zu Geld gekommen waren. Und es spielte keine Rolle, dass ein Großteil der bereits vor einiger Zeit verkauften Wohnungen leer stand, die Cafés und Restaurants geschlossen waren und auf bessere Zeiten warteten und schmutzige Wellen die Anlegestelle aus Beton umspülten. Der Mann, der an diesem warmen Sommerabend die Uferstraße entlang flanierte, hatte noch nie eine Goldkette getragen, denn er verfügte über gutes Gespür, das ihm guten Geschmack vollauf ersetzte. Rechtzeitig hatte er den Adidas-Trainingsanzug aus China gegen ein himbeerfarbenes Jackett ausgetauscht, um dann als erster das himbeerfarbene Jackett zugunsten eines Anzugs von Versace wieder abzulegen. Selbst beim Sport war er anderen immer eine Nasenlänge voraus. Einen Monat vor sämtlichen Kremlbeamten warf er den Tennisschläger in die Ecke, um alpinen Skilauf zu betreiben. Obgleich er in seinem Alter Bergskiern nur noch dann etwas abgewann, wenn er sich nicht auf ihnen fortbewegte. Außerdem zog er es vor, in einer Villa im moskau-nahen Datschenviertel Gorki 9 zu leben und die Wohnung mit den Fenstern zum Fluß nur mit einer Geliebten aufzusuchen. Von seiner Dauer Geliebten wollte er sich übrigens auch trennen, schließlich würde kein Viagra der Welt sein Alter besiegen, und eheliche Treue kam langsam wieder in Mode. Der Chauffeur und der Bodyguard hielten recht großen Abstand zu ihm, damit sie die Stimme ihres Chefs nicht hören konnten. Und selbst wenn der Wind Bruchstücke seiner Worte zu ihnen hinübertrüge, was wäre schon so schlimm daran? Warum sollte ein Mensch nach einem Arbeitstag nicht mit sich selbst reden, wenn er in absoluter Einsamkeit über den plätschernden Wellen stand? Schließlich gibt es keinen verständnisvolleren Gesprächspartner als das eigene Ich. Und trotzdem wiederhole ich meinen Antrag, sagte der Mann, noch einmal. Matt leuchteten die Sterne, die den städtischen Smog durchdrangen. Am anderen Ufer des Flusses schimmerten die winzigen Fenster der hoflosen Hochhäuser. Von den hübschen Laternen, die sich die Anlegestelle entlangzogen, brannte jede Fünfte. Auch das nur, weil es dem großen Mann eingefallen war, am Fluß spazieren zu gehen. Ich wiederhole es noch einmal, sagte der Mann leise. Die Wellen klatschten an den Kai und mit ihnen die Antwort. Das ist unmöglich, absolut unmöglich. Den Mann am Ufer verwunderte die Stimme aus der Leere nicht im Geringsten. Er nickte. Was ist mit den Vampiren? fragte er dann. Stimmt, das wäre eine Möglichkeit, räumte der unsichtbare Gesprächspartner ein. Die Vampire könnten Sie initiieren, wenn Sie sich mit einer Existenz als Untoter abfinden. Nein, ich werde Sie nicht anlügen. Das Sonnenlicht ist Ihnen unangenehm, tötet Sie aber nicht. Und auch auf Risotto mit Knoblauch müssen Sie nicht verzichten. Was ist es dann, erkundigte sich der Mann, der unwillkürlich die Hand auf die Brust legte. Die Seele? Die Notwendigkeit, Blut zu trinken? Die Leere lachte leise. Sie würden nur noch Hunger kennen, ewigen Hunger. Und innere Leere. Das würde Ihnen nicht gefallen, das weiß ich. Was käme sonst in Frage? Wollte der Mann weiter. Tiermenschen, erwiderte der Unsichtbare, fast amüsiert. Sie sind ebenfalls in der Lage, einen Menschen zu initiieren. Aber auch bei Tiermenschen handelt es sich um eine niedere Form der Dunklen. Die meiste Zeit ist alles wunderbar. Doch wenn ein Anfall naht, verlören Sie die Kontrolle über sich. Drei, vier Nächte im Monat. Manchmal seltener, manchmal öfter. Bei Neumond, meinte der Mann mit einem verständnisvollen Nicken. Die Leere lachte erneut. Nein, die Anfälle der Tiermenschen sind nicht mit dem Mondzyklus verbunden. Sie werden das Nahen des Wahnsinns zehn bis zwölf Stunden vor der Verwandlung spüren. Aber einen genauen Zeitplan wird Ihnen niemand vorlegen können. Kommt nicht in Frage, sagte der Mensch kalt. Ich wiederhole meine Bitte. Ich möchte ein anderer werden. Und zwar kein niederer anderer, den Anfälle tierischen Wahnsinns packen, aber auch kein großer Magier, der große Taten vollbringt, sondern ein ganz gewöhnlicher, einfacher anderer. Was ist das in Ihrer Klassifikation? Siebter Grad? Das ist unmöglich, antwortete die Nacht. Ihnen fehlt jede Anlage zum anderen, wirklich jede. Ein Mensch kann Geige spielen lernen, selbst wenn er kein musikalisches Gehör hat. Er kann ohne die geringste Veranlagung Sportler werden. Aber Sie können kein anderer werden. Sie gehören einfach einer anderen Gattung an. Es tut mir sehr leid. Der Mann am Ufer lachte. Nichts ist unmöglich. Wenn die niederen anderen in der Lage sind, einen Menschen zu initiieren, dann muss es auch eine Möglichkeit geben, mich in einen Magier zu verwandeln. Die Dunkelheit schwieg. Außerdem habe ich nicht gesagt, dass ich ein Dunkler werden möchte. Ich verspüre nicht den geringsten Wunsch, unschuldiges Blut zu trinken, Jungfrauen über Feldern nachzujagen oder mit ekelhaftem Gelächter Schadzauber zu bewirken, sagte der Mann verärgert. Ich würde viel lieber Gutes tun. Kurzum, Ihre internen Streitigkeiten sind mir völlig einerlei. Das, sagte die Nacht müde, das ist Ihr Problem, erwiderte der Mann. Ich gebe Ihnen eine Woche. Danach möchte ich eine Antwort auf meine Bitte bekommen. Bitte? hakte die Nacht nach. Der Mann auf der Uferstraße lächelte. Ja, noch bitte ich bloß. Er drehte sich um und ging zu seinem Auto, einem Volga, der etwa in einem halben Jahr wieder in Mode kommen würde. Wächter des Zwielichts von Sergei Lukjanieko Sumerechnui dozor Selbst wenn du deine Arbeit liebst, am letzten Urlaubstag packte ich die Schwermut. Noch vor einer Woche hatte ich am sauberen Strand in Spanien geschmort, Paella gegessen, der usbekische Pilof schmeckt mir, wenn ich ehrlich sein soll, besser, in einem kleinen chinesischen Restaurant eisgekühlte Sangria getrunken, woran es wohl liegen mag, dass die Chinesen das spanische Nationalgetränk viel besser hinbekommen als die Eingeborenen und in Souvenirläden allerlei Quatsch für Touristen gekauft. Jetzt hatte mich das sommerliche Moskau wieder, das zwar gar nicht so heiß, dafür jedoch drückend und schwül war. Mein letzter Urlaubstag. Der Kopf kann schon nicht mehr abschalten, will aber auf gar keinen Fall an Arbeit denken. Vielleicht freute ich mich deshalb über Gesers Anruf. Guten Morgen, Anton, meinte der Chef ohne sich zu melden. Willkommen daheim. Wusstest du, dass ich es bin? Seit einiger Zeit konnte ich spüren, wenn Geser anrief, als ob sich das Klingeln des Telefons änderte, fordernder, machtvoller Erscholl. Dem Chef hatte ich davon aber nichts gesagt. Ja, Boris Ignatiewicz, Bist du allein? Eine überflüssige Frage. Ich war mir sicher, dass Geser genau wusste, wo Svetlana sich gerade aufhielt. Ja, meine Mädels sind auf der Datscha. Eine schöne Sache. Am anderen Ende seufzte der Chef. In seine Stimme schlich sich ein durchaus menschlicher Unterton. Olga ist heute Morgen auch in den Urlaub geflogen. Die Hälfte aller Leute brät im Süden. Könntest du nicht mal kurz ins Büro kommen? Bevor ich etwas antworten konnte, fuhr Geser munter fort. Prima. Dann also in 40 Minuten. Zu gern wollte ich Geser als billigen Aufschneider beschimpfen, aber natürlich legte ich erst mal auf. Doch auch danach schwieg ich. Zum einen könnte der Chef meine Worte auch ohne jedes Telefon hören. Zum anderen, was auch immer der Chef sein mochte, ein billiger Aufschneider war er nicht. Er vergeudete bloß nicht gern Zeit. Wenn mir sowieso auf der Zunge lag, zu sagen, dass ich in 40 Minuten da wäre, wofür hätte er dann noch auf meine Antwort warten sollen? Außerdem hatte ich mich wirklich sehr über den Anruf gefreut. Der Tag war sowieso im Eimer. Ich würde erst in einer Woche auf die Datscha fahren. Für einen Wohnungsputz war es noch zu früh. Wie jeder Mann, der auf sich hält, tat ich das in Abwesenheit meiner Familie nur einmal, am letzten Tag meines Strohwitwer-Daseins. Danach jemanden zu besuchen oder einzuladen, stand mir absolut nicht der Sinn. Deshalb war es viel vernünftiger, den Urlaub einen Tag früher zu beenden, um zu gegebener Zeit reinen Gewissens meine Überstunden abbummeln zu können. Selbst wenn das bei uns nicht üblich ist. Danke, Chef, höhnte ich sarkastisch. Wohl oder übel stemmte ich mich aus dem Sessel hoch und legte das Buch, das ich gerade las, weg. Reckte mich. Dann klingelte das Telefon noch einmal. Klar, jetzt würde Geserr anrufen und keine Ursache sagen. Selbst wenn das nun wirklich kindisch war. Hallo? meldete ich mich mit sehr sachlicher Stimme. Anton, ich bin's. Svetka, begrüßte ich sie, während ich mich wieder hinsetzte und mich anspannte. Svetas Stimme klang alarmierend, besorgt. Svetka, ist was mit Nadja? Es ist alles in Ordnung, antwortete sie rasch. Mach dir keine Sorgen. Sag mir lieber, wie's bei dir aussieht. Ein Moment lang dachte ich nach. Ich hatte mich nicht besoffen, keine Frauen ins Haus geschleppt, die Wohnung nicht im Chaos versinken lassen, sogar das Geschirr abgewaschen. Dann kam ich drauf. Geserr hat angerufen, gerade eben. Was wollte er? Hakt es Svetlana sofort nach. Nichts Besonderes. Ich soll gleich mal ins Büro kommen. Anton, irgendwas spüre ich. Etwas stimmt nicht. Hast du eingewilligt? Fährst du in die Wache? Warum nicht? Mir fällt hier die Decke auf den Kopf. Am anderen Ende der Leitung, obwohl, was haben Handys für eine Leitung, schwieg Svetlana sich aus. Nach einer Weile brachte sie dann unwillig hervor, es war wie ein Stich ins Herz. Glaubst du, dass ich unheil wittern kann? Ja, oh Große, meinte ich schmunzelnd. Das ist kein Witz, Anton. Svetlana explodierte sofort, wie immer, wenn ich sie Große nannte. Tu mir den Gefallen. Wenn Geserr dich um etwas bittet, dann lehne ab. Svetlana, wenn Geserr mich ruft, dann hat er einen Auftrag für mich. Dann heißt das, er braucht Leute. Er hat gesagt, sonst seien alle im Urlaub. Er braucht Kanonenfutter, fiel Svetlana mir ins Wort. Gut, Anton, du hörst sowieso nicht auf mich. Sei einfach vorsichtig. Svetka, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass Geserr vorhat, mich ans Messer zu liefern, gab ich zu bedenken. Ich verstehe ja, was du von ihm hältst. Sei vorsichtig, unsretwegen. In Ordnung? Gut, versprach ich. Ich bin immer sehr vorsichtig. Ich rufe wieder an, wenn ich was spüre, sagte Svetlana. Anscheinend hatte sie sich etwas beruhigt. Und du ruf auch an, ja? Sobald etwas Ungewöhnliches passiert, ruf an. Abgemacht? Mach ich. Svetlana schwieg einen Moment. Dann, bevor sie die Verbindung unterbrach, sagte sie, Du solltest die Wache verlassen, Lichter Magier dritten Grades. Irgendwie gab sie verdächtig leicht nach. Nur diese kleine Spitze. Freilich, wir hatten vereinbart, nicht über dieses Thema zu sprechen. Schon vor langer Zeit, schon seit Svetlana vor drei Jahren aus der Nachtwache ausgetreten war. Und nicht einmal hatten wir das Versprechen gebrochen. Natürlich erzählte ich meiner Frau von meiner Arbeit. Von außergewöhnlichen Fällen. Und sie hörte immer interessiert zu. Und jetzt das. Sie brachte das Thema von sich aus zur Sprache. Ob sie wirklich eine Gefahr spürte? Auf alle Fälle fing ich erst mal an zu trödeln, wollte nicht los. Erst zog ich mir einen Anzug an, dann Jeans und ein kariertes Hemd. Danach konnten mich alle malen und ich schlüpfte in Shorts und ein schwarzes T-Shirt mit dem Aufdruck Mein Freund war klinisch tot, aber alles, was er mir aus dem Jenseits mitgebracht hat, ist dieses T-Shirt. Wie ein deutscher Tourist, der sich des Lebens freut. Immerhin warte ich so wenigstens den Anschein von Urlaubsstimmung, wenn ich geserrgegen übertrat. Schließlich verließ ich das Haus erst 20 Minuten, bevor ich beim Chef zu sein hatte. Ich musste ein Auto anhalten, die Wahrscheinlichkeitslinien überprüfen, um dem Fahrer dann eine Strecke nennen zu können, bei der uns kein Stau erwartete. Der Fahrer akzeptierte die Tipps nur ungern und voller Skepsis. Dafür schafften wir es noch rechtzeitig. Auf den Fahrstuhl musste ich verzichten. Ein paar Jungs in Blaumännern beluden die Aufzüge eifrig mit Papiersäcken, die eine Zementmischung enthielten. Also nahm ich die Treppe. Im ersten Stock unseres Hauses entdeckte ich Handwerker. Sie verkleideten die Wände mit Gipskartonplatten. Außerdem wuselten Verputzer herum, die die Dinger gleich verfugten. Parallel dazu zogen wieder andere eine Zwischendecke ein, über der bereits Röhren von einer Klimaanlage verliefen. Hatte sich der Leiter unserer Wirtschaftsabteilung am Ende doch noch durchgesetzt und den Chef dazu bekommen, eine umfassende Modernisierung zu bewilligen. Und sogar Geld dafür aufgetrieben. Ich blieb kurz stehen, um mir die Arbeiter durchs Zwielicht anzusehen. Menschen. Keine anderen. Was schließlich auch zu erwarten gewesen war. Bloß ein Verputzer, ein völlig unscheinbarer Mann, hatte eine etwas verdächtige Aura. Doch schon im nächsten Moment begriff ich, dass er lediglich verliebt war. In die eigene Frau. Gab es also doch noch anständige Menschen. Der zweite und dritte Stock waren bereits fertig, was auch die letzten Reste meiner schlechten Laune vertrieb. Endlich würde es im Rechenzentrum kühler sein. Sicher, ich würde da jetzt nicht mehr jeden Tag auftauchen, aber trotzdem. Im Vorbeigehen begrüßte ich die Wachleute, die hier offensichtlich für die Zeit der Bauarbeiten Dienst schoben. Dann stürmte ich auf Gesers Zimmer zu und stieß erst mal mit Semyon zusammen. Der erklärte Julia gerade etwas mit ernster Miene und eindringlicher Stimme. Wie die Zeit vergeht. Vor drei Jahren war Julia noch ein kleines Mädchen gewesen. Inzwischen hatte sie sich zu einer jungen, hübschen Frau gemausert. Da sie eine tüchtige Zauberin zu werden versprach, hatte man sie bereits ins Europabüro der Nachtwache holen wollen. Zu gern sicherte man sich dort die talentierte Jugend, unter dem Deckmäntelchen vielsprachiger Losungen über die große und gemeinsame Sache. Diesmal war ihre Rechnung jedoch nicht aufgegangen. Geser hatte ihn Julka verweigert und damit gedroht, er selbst könne auch anfangen, die europäische Jugend zu rekrutieren. Was wohl Julia selbst gewollt hatte? Semyon unterbrach sein Gespräch, sobald er mich sah. Hat er dich herbestellt, fragte er verständnisvoll, oder ist dein Urlaub schon vorbei? Sowohl als auch, antwortete ich. Ist irgendwas passiert? Hallo Julka! Semyon und ich begrüßten uns aus irgendeinem Grund nie, als ob wir uns schon kurz zuvor begegnet wären. Er sah ja auch immer gleich aus, höchst schlicht und unachtsam angezogen, mit dem faltigen Gesicht eines Bauern, den es in die Stadt verschlagen hat. Heute sah Semyon sogar noch schlampiger aus als sonst. Hallo Anton, meinte Julia lächelnd. Ihre Mine war ernst. Anscheinend ging Semyon gerade seiner pädagogischen Tätigkeit nach, einer Sache, auf die er sich meisterlich verstand. Nichts ist passiert, Semyon schüttelte den Kopf. Alles ist ruhig und friedlich. Letzte Woche haben wir zwei Hexen festgenommen, aber auch nur wegen Kleinigkeiten. Dann ist es ja gut, meinte ich, und gab mir alle Mühe, Julkas wehleidigem Blick auszuweichen. Ich gehe mal zum Chef. Semyon nickte und wandte sich wieder Julia zu. Auf dem Weg ins Vorzimmer schnappte ich noch auf, Also, Julia, ich mache das jetzt schon seit 60 Jahren, aber in derart verantwortungsloses... Streng ist er, doch wenn er schimpft, dann immer zu Recht. Daher hatte ich nicht die Absicht, Julka vor diesem Gespräch zu bewahren. Im Vorzimmer, wo jetzt Leih seine Klimaanlage surrte und an der Decke winziger Halogenstrahler prangten, saß Larissa. Anscheinend war auch Julka, Gesser Sekretärin, im Urlaub, und die Leute vom Fuhrpark haben wirklich wenig zu tun. Hallo, Anton, begrüßte mich Larissa. Du siehst gut aus. Zwei Wochen am Strand, antwortete ich stolz. Larissa linste auf ihre Uhr. Ich soll dich gleich reinschicken, aber der Chef hat noch Besuch. Willst du trotzdem rein? Ja, beschloss ich. Wozu habe ich mich denn sonst so beeilt? Gorodetsky für Sie, Boris Ignatiewicz, meinte Larissa in die Sprechanlage. Sie nickte mir zu. Geh rein, aber mach dich auf was gefasst. Da ist es verdammt heiß. In Gesser's Zimmer war es in der Tat heiß. Vor seinem Tisch duckmäuserten zwei mir unbekannte Männer in mittleren Jahren in den Sesseln, die ich insgeheim gleich dick und dünn taufte. Schwitzen taten sie allerdings beide. Und was haben wir hier? fragte Gesser sie tadelnd. Er schielte zu mir herüber. Komm rein, Anton, setz dich. Ich bin gleich fertig. Dick und Dünn fassten ein wenig Mut. Eine durch und durch unfähige Hausfrau, die alle Fakten verdreht, banalisiert und vereinfacht und euch verarscht. Nach Strich und Faden. Weshalb wohl? Weil sie eben alles banalisiert und vereinfacht, blafte Dick finster. Sie haben befohlen, dass alles seine Ordnung haben soll, sprang Dünn ihm bei. Und das ist halt das Ergebnis, Herr Lichter, Gesser. Ich betrachte die Gesers Besucher durchs Zwielicht. Natürlich, schon wieder Menschen, die noch dazu Gesser's richtigen Namen und Titel kannten, den sie obendrein mit offenem Sarkasmus aussprachen. Gewiss, es gibt die merkwürdigsten Situationen, aber dass Gesser selber Menschen seine Identität enthüllt. Gut, Gesser nickte. Ich gebe euch noch eine Chance. Diesmal arbeitet ihr getrennt. Dick und Dünn sahen sich an. Wir werden uns alle Mühe geben, meinte Dick mit gutmütigem Lächeln. Sie müssen das doch verstehen. Wir haben bestimmte Erfolge erzielt, Gesser schnaubte. Als hätten sie ein unsichtbares Signal bekommen, dass das Gespräch beendet sei, erhoben sich die beiden Besucher, verabschiedeten sich per Handschlag vom Chef und gingen hinaus. Im Vorzimmer machte Dünn eine lustige, scherzhafte Bemerkung zu Larissa, die daraufhin loslachte. »Menschen?« fragte ich vorsichtig. Gesser nickte und blickte grimmig zur Tür. »Menschen,« seufzte er. »Menschen.« »Gut, Skordodetsky, setz dich.« Obwohl ich Platz nahm, fing Gesser das Gespräch nicht an, sondern hantierte mit Papieren herum, sortierte ein paar farbige, glattbeschliffene Glasscherben, die in einer grobgearbeiteten Tonschale lagen. »Zu gern hätte ich gewusst, ob es sich um Amulette oder einfach um Scherben handelte, aber wenn ich Gesser gegenüber saß, traute ich mich nicht, mir allzu viel herauszunehmen.« »Wie war der Urlaub?« fragte Gesser, als wolle er jede Möglichkeit ausschöpfen, das Gespräch hinaus zu zögern. »Gut,« erwiderte ich. »Natürlich habe ich mich ohne Sveta gelangweilt, aber wir wollten Nadyushka nicht in die spanische Glut mitschleppen. Das ist noch nichts für sie.« »Stimmt,« pflichtete Gesser mir bei. »Ich wusste nicht, ob der große Magier Kinder hatte. Derlei Informationen vertraut man nicht mal den eigenen Leuten an. Vermutlich schon. Und wahrscheinlich ist er in der Lage, so etwas wie Vatergefühle zu empfinden. »Anton, hast du Svetlana angerufen?« »Nein,« ich schüttelte den Kopf. »Hat sie sich mit Ihnen in Verbindung gesetzt?« Gesser nickte. Und plötzlich explodierte er, schlug mit der Faust auf den Tisch. »Was bildet sie sich eigentlich ein?«, brüllte er. »Erst desertiert sie?« »Gesser, wir alle haben das Recht, die Wache zu verlassen,« korrigierte ich ihn. Aber Gesser dachte gar nicht daran, sich zu entschuldigen. »Sie ist desertiert.« »Eine Zauberin von ihrem Niveau kann nicht einfach machen, was ihr gefällt. Dazu hat sie kein Recht. Sie nennt sich eine Lichte, und dann zieht sie ihre Tochter wie einen Menschen auf.« »Noch ist Nadia ein Mensch,« entgegnete ich und spürte, wie die Wut in mir hochkochte. »Wenn sie eine andere wird, muss sie sich selbst für eine Seite entscheiden. Herr Lichter Gesser.« Der Chef begriff, dass auch mit mir jetzt nicht mehr zu spaßen war und änderte seinen Ton. »Gut, das ist euer Recht. Haltet euch aus dem Kampf raus, verbaut dem Mädchen das Leben, alles schön und gut. Aber woher kommt dieser Hass?« »Was hat Sveta denn gesagt?« fragte ich. »Deine Frau hat nicht angerufen,« meinte Gesser seufzend, »auf einem Apparat, dessen Nummer sie gar nicht wissen dürfte.« »Dann wusste sie sie auch nicht,« stellte ich klar, »und hat mir vorgeworfen, ich würde dich umbringen, dass ich irgendeinen langfristigen Plan umsetzen will, der auf deine physische Vernichtung hinausläuft.« Eine Sekunde lang sah ich Gesser an die Augen. Dann lachte ich los. »Was ist daran so komisch?« wollte Gesser mit gequälter Stimme wissen. »Na?« »Gesser«, mit Mühe unterdrückte ich das Lachen. »Entschuldigung, kann ich ganz offen sprechen?« »Das will ich doch hoffen.« »Sie sind der größte Intrigant, den ich kenne, noch ausgekochter als Sebulon. Gegen sie war Machiavelli ein Waisenknabe.« »Machiavelli solltest du nicht unterschätzen,« knurte Gesser. »Gut, ich bin also ein Intrigant. Und weiter?« »Weiter bin ich davon überzeugt, dass sie nicht vorhaben, mich umzubringen. In einer kritischen Situation würden sie mich unter Umständen opfern, um eine, wer weiß wie viel, größere Zahl an Menschen oder Lichten zu retten. Aber dass sie planen, aushacken, mich, das glaube ich nicht.« »Vielen Dank. Das freut mich.« Gesser nickte. Ob ich ihn gekränkt hatte oder nicht, war mir schleierhaft. »Was hat Svetlana sich da in den Kopf gesetzt?« »Entschuldige, Anton.« Gesser verstummte und blickte sogar zur Seite. »Ihr erwartet doch kein Kind,« fuhr er schließlich fort. »Ein Geschwisterchen.« Ich verschluckte mich. »Nein.« Ich schüttelte den Kopf. »Eigentlich nicht.« »Das hätte sie mir gesagt.« »Frauen drehen manchmal durch, wenn sie ein Kind bekommen,« schnaubte Gesser und machte sich wieder daran, seine Glasscherben zu sortieren. »Sie fangen an, überall Gefahren zu sehen, die dem Kind drohen, dem Mann, ihn selbst. Oder vielleicht hat sie...« Doch jetzt wurde der große Magier vollends verlegen und unterbrach sich selbst. »Quatsch. Vergiss es. Du solltest zu deiner Frau aufs Dorf fahren, mit deiner Tochter spielen, frisch gemolken die Milch trinken.« »Mein Urlaub ist ja morgen zu Ende,« erinnerte ich ihn. Irgendwas stimmte jedoch nicht. Außerdem hatte ich gedacht, ich sollte heute wieder mit der Arbeit anfangen.« Gesser sah mich mit großen Augen an. »Anton, wie kannst du jetzt an Arbeit denken? Svetlana hat mich geschlagene 15 Minuten angeschrien. Wenn sie eine dunkle wäre, würde über mir jetzt ein Höllenstrudel hängen. Vergiss die Arbeit. Ich verlängere deinen Urlaub um eine Woche. Und du fährst jetzt zu deiner Frau ins Dorf.« Bei uns in der Moskauer Abteilung heißt es, drei Dinge seien für einen Lichten unmöglich. Sich ein Privatleben aufzubauen, Glück und Frieden für die ganze Welt zu erreichen und von Gesser die Erlaubnis zu bekommen, die Überstunden abzubummeln. Mein Privatleben stellte mich, ehrlich gesagt, zufrieden. Und jetzt hatte ich noch eine Woche Urlaub bekommen. Ob nun auch Glück und Frieden für die ganze Welt vor der Tür standen? »Fräust du dich denn nicht?« fragte Gesser. »Doch,« gab ich zu. Nun ja, die Aussicht unter dem gestrengen Blick meiner Schwiegermutter in den Beten Unkraut zu jäten, begeisterte mich nicht gerade. Aber Sveta und Nadja zu sehen, das ja. Nadja. Nadenka. Nadyushka. Mein zweijähriges Wunder. Ein Mensch. Ein kleines Menschlein. Mit der Aussicht, eine andere von großer Kraft zu werden. Eine große, die mit Riesenschritten davoneilen und selbst Gesser abhängen würde. Prompt stellte ich mir Nadenkas kleine Sandalen vor, mit denen sie davontrippelte, während der große, lichte Magier Gesser mit lechzender Zunge hinter ihr herhastete und musste grinsen. »Geh in die Buchhaltung, die sollen dir eine Prämie auszahlen,« schlug Gesser vor, ohne den geringsten Verdacht zu haben, wie ich ihn in Gedanken gerade verspottete. »Denk dir selbst aus, wofür. Irgendwas wie... für langjährige, gewissenhafte Arbeit.« »Gesser, weshalb haben sie mich angerufen?« fragte ich. Gesser schwieg und durchbohrte mich mit seinem Blick, was ihm nichts brachte. »Wenn ich dir alles erzählt habe, wirst du Svetlana anrufen,« sagte er dann, »und zwar gleich von hier aus. Du wirst sie fragen, ob du einwilligen sollst. In Ordnung? Vom Urlaub erzählst du ja auch.« »Was ist denn passiert?« Statt zu antworten, zog Gesser eine Schublade in seinem Schreibtisch auf, holte eine schwarze Ledermappe heraus und reichte sie mir. Die Mappe verströmte einen deutlichen Geruch nach Magie, nach schwerer Kampfmagie. »Öffne sie ruhig.« »Du darfst das,« brummte Gesser. Ich öffnete die Mappe. Ein anderer, der kein Recht dazu hatte oder ein Mensch, würde sich nach einem solchen Versuch in eine Handvoll Asche verwandeln. In der Mappe lag ein Brief, ein einzelner Umschlag. Die Adresse unseres Büros war mit aus der Zeitung ausgeschnittenen Buchstaben akkurat aufgeklebt. Ein Absender fehlte natürlich. »Die Buchstaben stammen aus drei Zeitungen,« erklärte Gesser. »Aus der Pravda, dem Kommersant und Argumenti Fakti.« »Wie originell,« räumte ich ein. »Darf ich ihn aufmachen?« »Nur zu. Die Kriminalisten haben schon alles Mögliche mit dem Briefumschlag angestellt. Es gibt keine Fingerabdrücke, der Kleber kommt aus China und wird an jedem Zeitungskiosk verkauft.« »Und bei dem Papier handelte es sich um Klopapier,« rief ich begeistert aus, als ich dem Umschlag ein paar Seiten entnahm. »Das ist doch wohl sauber.« »Leider ja,« meinte Gesser. »Nicht die geringste Spur von organischen Stoffen. Gewöhnlicher, billiger Pipifax. Marke 54 Meter.« Das Blatt Klopapier, achtlos an der Perforation abgerissen, war ebenfalls mit Buchstaben aus besagten drei Zeitungen beklebt. Genauer, mit ganzen Wörtern, nur die Endungen waren ab und an ohne Berücksichtigung der Schriftart verbessert worden. »Es sollte die Nachtwache interessieren, dass ein anderer einem Menschen die ganze Wahrheit über die anderen enthüllt hat und aus diesem Menschen jetzt einen anderen machen will. Ein Freund.« Beinahe hätte ich losgelacht, doch dann blieb mir das Lachen im Hals stecken. »Wo hat er denn die Nachtwache her?« fragte ich stattdessen. »Es sieht fast so aus, als sei das Wort im Ganzen ausgeschnitten worden.« »Es gab einen Artikel in »Argumenti Fakti«,« erklärte Gyser, »über den Brand im Fernsehturm.« Er war mit »Die Nachtwache am Fernsehturm in Ostankino« getitelt. »Wirklich originell«, stimmte ich zu. Die Erwähnung des Fernsehturms ließ mich leicht erschaudern. Das war nicht gerade die spaßigste Zeit gewesen und nicht gerade das spaßigste Abenteuer. »Mein ganzes Leben lang wird mich das Gesicht des Dunklen verfolgen, den ich im Zwielicht vom Fernsehturm gestürzt hatte.« »Zerbricht dir darüber nicht den Kopf, Anton. Du hast alles richtig gemacht«, sagte Gyser. »Kommen wir zur Sache.« »Gut, Boris Ignatiewicz. Ich sprach den Chef mit seinem alten, zivilen Namen an. Müssen wir das etwa ernst nehmen?« »Der Brief riecht nicht im Geringsten nach Magie«, meinte Gyser schulterzuckend. »Entweder hat ihn also ein Mensch geschrieben oder ein fähiger Anderer, der seine Spuren verwischen kann. Wenn es ein Mensch war, heißt das, dass wir irgendwo eine undichte Stelle haben. Wenn es ein Anderer war, handelt es sich um eine absolut verantwortungslose Provokation.« »Keine Spuren«, hakte ich noch mal nach. »Keine. Der einzige Anhaltspunkt ist der Poststempel«, Gyser runzelte die Stirn. »Und an dem ist garantiert was faul.« »Was heißt das?« »Ist der Brief aus dem Kreml abgeschickt worden?« feigste ich. »Fast.« »Der Kasten, in den der Brief gesteckt wurde, befindet sich auf dem Gelände des Wohnkomplexes Assoll.« »Die endlos hohen Häuser mit roten Dächern.« »Genosse Stalin hätte ohne Zweifel seine Freude an ihnen gehabt, kannte ich. »Gedoch nur von außen.« »Da kommt man nicht so einfach rein, oder?« »Richtig«, Gyser nickte. »Nachdem unser Unbekannte einen solchen Aufwand mit dem Papier, dem Kleber und den Buchstaben getrieben hat, schickt er den Brief also aus dem Assoll ab. Damit begeht er entweder eine Riesendummheit«, ich schüttelte den Kopf, »oder lockt uns auf eine falsche Fährte.« An dieser Stelle legte Gyser eine Kunstpause ein und beobachtete aufmerksam, wie ich reagierte. Ich dachte nach und schüttelte abermals den Kopf. »Das ist sehr naiv, nein.« »Oder unser Freund«, das letzte Wort sprach Gyser mit offenem Sarkasmus aus, »will uns in der Tat einen Hinweis geben.« »Wozu?« fragte ich. »Den Brief hat er ja zu einem bestimmten Zweck abgeschickt,« erinnerte mich Gyser. »Wir müssen auf solche Briefe reagieren, Anton. Das wirst du einsehen. Nehmen wir einmal das Schlimmste an. Nämlich, dass ein Verräter unter den anderen existiert, der Menschen das Geheimnis unserer Existenz enthüllt.« »Aber wer würde ihm denn glauben?« »Einem Menschen würde man natürlich nicht glauben, aber ein anderer könnte seine Fähigkeiten unter Beweis stellen.« Da hatte Gyser natürlich recht. Was mir jedoch nicht in den Kopf wollte, wer würde sowas tun und weshalb. Selbst der dümmste und fieseste Dunkle müsste sich im Klaren darüber sein, was er in Gang setzt, wenn er die Wahrheit preisgibt. Eine neue Hexenjagd nämlich. Dabei dürften die Menschen keine Schwierigkeiten haben, sowohl in den Dunklen wie auch in den Lichten die Hexen zu sehen. In allen, die Anlagen zum Anderen haben. Auch in Sveta. Auch in Nadyushka. »Wie kann man denn aus einem Menschen einen anderen machen?« fragte ich. »Über den Vampirismus?« »Durch Vampire, Tiermenschen?« Gyser breitete die Arme aus. »Das ist wohl ein Weg. Die Initiierung erfolgt dann auf dem allergröbsten, primitivsten Niveau Dunkler Kraft. Bezahlen muss man dafür mit dem Verlust der menschlichen Existenz. Einen Menschen zum Magier zu initiieren, ist dagegen unmöglich.« »Nadyushka«, flüsterte ich, »schließlich haben Sie doch auch Svetlanas Schicksalsbuch umgeschrieben.« »Nein, Anton«, entgegnete Gyser kopfschüttelnd, »deiner Tochter war es bestimmt, als Große auf die Welt zu kommen. Wir haben nur für das richtige Vorzeichen gesorgt, das Element des Zufalls ausgeschaltet.« »Jigor«, erinnerte ich ihn, »der Junge war schon ein Dunkler geworden, bei ihm haben wir bloß das Zeichen der Initiierung gelöscht.« »Wir haben ihm die Chance gegeben, noch einmal zu wählen,« bestätigte Gyser. »Alle Interventionen, zu denen wir in der Lage sind, hängen mit der Wahl zwischen Licht und Dunkel zusammen, Anton. Aber zu wählen, ob wir ein Mensch oder ein anderer sein wollen, ist uns nicht gegeben. Das ist niemandem auf dieser Welt gegeben.« »Also geht es um Vampire«, sagte ich. »Nehmen wir an, bei den Dunklen ist mal wieder ein verliebter Vampir aufgetaucht.« »Das ist möglich«, Gyser breitete die Arme aus. »Dann wäre das Ganze relativ einfach. Die Dunklen überprüfen ihre Untoten, denn sie haben das gleiche Interesse wie wir. Ach ja, sie haben übrigens auch so einen Brief bekommen. Ha, genau den gleichen, der ebenfalls aus dem Assol abgeschickt wurde.« »Und die Inquisition hat keinen bekommen?« »Du begreifst immer schneller«, lachte Gyser. »Die auch. Per Post. Aus dem Assol.« Ganz offensichtlich spielte Gyser auf etwas an. Ich dachte kurz nach und kam dann auf eine weitere fulminante Schlussfolgerung. »Damit untersuchen beide Wachen und die Inquisition den Fall, nicht wahr?« In Gysers Blick flackerte Enttäuschung auf. »Sieht ganz danach aus. Privat kann man sich schon einem Menschen zu erkennen geben, wenn es unbedingt sein muss. Du weißt, was ich meine.« Er nickte zur Tür, durch die die beiden Besucher hinausgegangen waren. »Aber eben nur privat, wobei entsprechende magische Einschränkungen zum Tragen kommen. Diese Sache ist aber viel schlimmer. Offenbar plant ein anderer, einen Handel mit Initiierungen aufzuziehen.« Als ich mir einen Vampir vorstellte, der einem neureichen Russen seine Dienste anbot, musste ich lächeln. »Wollen Sie nicht mal ein bisschen richtiges Blut aus dem Volk saugen, mein lieber Herr?« Obwohl, es geht ja nicht ums Blut. Selbst der schwächste Vampir oder Tiermensch verfügt über Kraft. Sie brauchen keine Angst vor Krankheiten zu haben und leben sehr, sehr lange. Auch die Körperkräfte sollte man nicht vergessen. Ein Tiermensch steckt einen Karelin in die Tasche, poliert einem Tyson die Fresse. Und auch jener Tiermagnetismus selbst, jener Ruf, den sie vollendet beherrschen, ist nicht zu verachten. Ein Wink und dir gehört jede Frau. Natürlich haben sowohl Vampire wie auch Tiermenschen in der Realität mit etlichen Einschränkungen zu kämpfen, die sogar noch gravierender sind als für Magier, ihre Unausgeglichenheit verlangt das. Aber ob das einem frisch gebackenen Vampir klar ist? »Worüber lachst du?« fragte Gesa. »Ich habe mir gerade ein Zeitungsinserat vorgestellt. Verwandle sie in einen Vampir. Zuverlässig, einwandfrei, 100 Jahre Garantie. Preis nach Vereinbarung.« »Ein kluger Gedanke«, Gesa nickte. »Ich werde jemanden beauftragen, die Zeitungen und Websites auf entsprechende Anzeigen durchzukämmen.« Ich starrte Gesa an, verstand aber nicht, ob er sich einen Scherz erlaubte oder das völlig ernst meinte. »Ich glaube nicht, dass wir es mit einer realen Gefahr zu tun haben,« sagte ich. »Vermutlich hat nur ein kreuzdämlicher Vampir beschlossen, sich etwas dazu zu verdienen. Er führt einem reichen Menschen ein paar Tricks vor und bietet ihm ein Biss an.« »Beißen lassen, Glück abfassen«, stieß Gesa ins gleiche Horn. »Irgendjemand«, fuhr ich munter fort, »z.B. die Frau des Mannes hat dann von diesem wahnsinnigen Vorschlag erfahren. Während der holde Gatte noch zögert, beschließt sie uns zu schreiben. In der Hoffnung, dass wir den Vampir ausschalten, und ihr Mann ein Mensch bleibt.« Daher auch diese Kombination. »Die aus der Zeitung ausgeschnittenen Buchstaben und der Briefkasten immer soll. Das ist ein Hilfeschrei. Sie kann sich nicht direkt mit uns in Verbindung setzen, fleht aber förmlich, rettet meinen Mann.« »Du Romantiker«, höhnte Gesa missbilligend. »Wenn ihnen Leben und Verstand teuer sind, so halten sie sich vom Moor fern. Und dann, ritschratsch, werden mit der Nagelschere aus der neuesten Pravda die Buchstaben ausgeschnitten. Hat sie die Adresse eigentlich auch aus der Zeitung?« »Die Adresse der Inquisition«, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. »Diesmal liegst du richtig. Könntest du der Inquisition einen Brief schicken?« Ich schwieg. Vorgeführt. Dabei hatte Gesa nicht mal ein Geheimnis aus dem Brief an die Inquisition gemacht. »Bei uns in der Wache kenne nur ich die Postadresse. In der Tagwache dürfte es nur Sebulon sein. Was folgt daraus, Gorodetzki? Den Brief haben Sie abgeschickt. Oder Sebulon?« Gesa schnaubte bloß. »Nimmt die Inquisition die Sache ernst?« wollte ich wissen. »Das ist noch gelinde ausgedrückt. Der Versuch mit Initiierungen zu handeln beunruhigt sie im Grunde nicht weiter. Ein normaler Fall für die Wachen, die denjenigen finden müssen, der den großen Vertrag verletzt hat, ihn bestrafen und das Informationsleck stopfen sollen. Und da wir und die Dunklen gleichermaßen über diese Angelegenheit empört sind, aber ein Brief an die Inquisition, das ist eine andere Frage. Bei ihnen arbeiten nicht viele, das weißt du selbst. Wenn eine Seite den Vertrag verletzt, ergreift die Inquisition Partei für die andere Seite, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Das diszipliniert uns alle. Aber gehen wir einmal davon aus, in einer der Wachen hätte eine kleine Gruppe einen Plan entwickelt, mit dem sie den endgültigen Sieg erlangen wollten. Ein paar Kampfmagier, die sich zusammenschließen, wären in der Lage, in einer Nacht alle Inquisitoren zu erschlagen. Natürlich nur, falls sie alles über die Inquisition wüssten, wer für sie arbeitet, wo die Inquisitoren wohnen, wo die Unterlagen aufbewahrt werden. Ist der Brief ans Hauptbüro gegangen, hakte ich nach. Ja, und wenn man bedenkt, dass sechs Stunden später das Büro leer war und im Gebäude ein Feuer ausgebrochen ist, und zwar genau in dem Teil, wo die Archive der Inquisition liegen, wo das ist, weiß selbst ich nicht genau. Indem der Mensch oder der andere der Inquisition einen Brief geschickt hat, hat er ihr förmlich den Federhandschuh hingeworfen. Jetzt wird die Inquisition ihn jagen. Die offizielle Version wird lauten, weil er die Vertraulichkeit verletzt und versucht hat, einen Menschen zu initiieren, aber im Grunde, weil sie ihre eigene Haut retten wollen. Ich hätte nie gedacht, dass es ihrer Natur entspricht, um sich selbst Angst zu haben, meinte ich. Und wie, Anton, meinte Gisar mit einem Nicken. Denkt doch mal über die folgende Frage nach. Warum gibt es in der Inquisition eigentlich keine Verräter? Ihr gehören Dunkle und Lichte an. Sie durchlaufen ihre Ausbildung. Danach verfolgten die Dunklen unerbittlich die Dunklen und die Lichten die Lichten, sobald einer von ihnen den Vertrag verletzt. Man braucht dafür eine besondere charakterliche Veranlagung, vermutete ich. Entsprechend werden die anderen dann ausgewählt. Und da macht man nie einen Fehler? fragte Gisar skeptisch. Das gibt es nicht. Trotzdem ist in unserer Geschichte kein Fall bekannt, wo ein Inquisitor den großen Vertrag verletzt hätte. Vermutlich kennen sie die Folgen einer Vertragsverletzung nur allzu genau. Ein Inquisitor in Prag hat mir mal gesagt, uns leitet das Entsetzen. Witteschlaff, Gisar runzelte die Stirn. Er liebt eloquente Formulierungen. Gut, zerbricht dir darüber nicht weiter den Kopf. Die Situation ist einfach. Es gibt einen anderen, der entweder den großen Vertrag verletzt oder die Wachen und die Inquisition zum Besten hält. Die Inquisition wird eine Fahndung einleiten, Dito die Dunklen. Von uns verlangt man ebenfalls einen Mitarbeiter. Darf ich eine Frage stellen? Warum ausgerechnet ich? Aus mehreren Gründen. Gisar bereitete die Arme aus. Erstens wird es im Zuge der Fahndung wohl zu einer Konfrontation mit Vampiren kommen. Und du bist unser Spezialist für die niederen Dunklen. Nein, ich hatte nicht den Eindruck, dass er lachte. Zweitens fuhr Gisar fort, wobei er wie ein Deutscher die Finger der geschlossenen Faust nacheinander ausstreckte. Seitens der Inquisition wurden mit der Untersuchung offiziell deine beiden Bekannten betraut. Viteschlaff und Edgar. Edgar ist in Moskau, fragte ich erstaunt. Ich konnte nicht gerade behaupten, dass ich den dunklen Magier, der vor drei Jahren der Inquisition beigetreten war, sonderlich mochte, aber ich konnte immerhin sagen, dass er mir nicht unsympathisch war. Ja, vor vier Monaten hat er seine Ausbildung abgeschlossen und ist zu uns gekommen. Da du dich während der Arbeit mit den Inquisitoren in Verbindung setzen musst, ist jede persönliche Beziehung von Vorteil. Unsere persönlichen Begegnungen zählen aber nicht zu meinen angenehmsten Erinnerungen gab ich zu bedenken. Hab ich dir vielleicht eine Thai-Massage während der Arbeitszeit versprochen? fragte Gisair hämisch. Der dritte Grund, weshalb ich ausgerechnet dich auf diese Sache ansetzen möchte? Er verstummte. Ich wartete. Auf Seiten der Dunklen leitet die Untersuchung ebenfalls ein alter Bekannter von dir. Den Namen brauchte Gisair gar nicht erst zu nennen. Trotzdem fuhr er fort. Der junge Vampir, dein ehemaliger Nachbar. Ich meine mich zu erinnern, dass ihr recht gut miteinander ausgekommen seid. Ja, stimmt, räumte ich bitter ein. Solange er noch ein Kind war, nur Schweineblut getrunken und davon geträumt hat, seinem Fluch zu entgehen. Solange er noch nicht verstanden hatte, dass sein Bekannter, der lichte Magier, solche wie ihn mit Haut und Haar verbrennt. So ist das Leben, konstatierte Guiser. Er hat ja schon Menschenblut getrunken, sagte ich. Bestimmt, wenn er sich in der Tagwache hochgedient hat. Er ist ein hoher Vampir geworden, informierte mich Guiser. Der jüngste hohe Vampir in ganz Europa. Wenn du das auf uns überträgst, ist er zweite oder dritte Kraftstufe, flüsterte ich. Fünf oder sechs zerstörte Leben. Kostja, Kostja. Damals war ich ein junger und unerfahrener Magier. In der Nachtwache konnte ich keine Freunde finden, die Beziehungen zu meinen alten Bekannten gingen alle ziemlich schnell den Berg runter. Andere und Menschen können nicht miteinander befreundet sein. Und dann fand ich heraus, dass meine Nachbarn Dunkle waren. Eine Vampir Familie, waren Vampire und hatten ihr Kind initiiert, was wirklich nicht schlimm war. Sie gingen nachts nicht auf Jagd, beantragten keine Lizenzen. Gesetzestreu tranken sie nur Schweine- und Spenderblut. Mich Idioten hat das beruhigt. Ich habe mich mit ihnen angefreundet. Sie sogar besucht, sie sogar eingeladen. Sie aßen das Essen, das ich Welt. Der kleine Vampir wollte sogar Biologe werden und herausfinden, wie man Vampirismus heilt. Dann tötete ich meinen ersten Vampir. Danach trat Kostja in die Tagwache ein. Ich weiß nicht, ob er sein Biologiestudium abgeschlossen hat, aber von seinen Kinderträumen ist er mit Sicherheit kuriert. Und er hat Lizenzen zum Töten bekommen. Wie sonst hätte er es geschafft, in nur drei Jahren zum hohen Vampir aufzusteigen. Jemand muss ihm geholfen haben, muss alle Möglichkeiten der Tagwache genutzt haben, damit Kostja, einst ein prima Kerl, wieder und wieder das Recht bekam, seine Eckzähne in den Hals eines Menschen zu schlagen. Und ich ahne sogar, wer ihm da geholfen hat. Was meinst du, Anton? fragte Geser. Wer sollte in dieser Situation von unserer Seite mit der Untersuchung betraut Wir arbeiten nur selten verdeckt. Erstens müssen wir unsere Natur als andere dann vollständig verbergen, damit deine Aura, die Kraftströme, die Erschütterung im Zwielicht dich nicht verraten. Diesbezüglich hast du es mit einer recht einfachen Konstellation zu tun. Wenn du ein Magier fünften Grades bist, bemerken dich schwächere Magier, also die mit dem sechsten oder siebten Grad nicht. Als Magier ersten Grades außerhalb der Kategorie bist, kannst du darauf hoffen, dass dir niemand auf die Schliche kommt. Geser selbst sorgte für meine Tarnung. Sofort nach dem Gespräch mit Svetlana, diesem kurzen, aber beklemmenden Gespräch. Wir stritten nicht, das nicht. Sie war nur sehr enttäuscht. Zweitens brauchst du eine Legende. Am besten sicherst du die Legende auf magische Weise ab. Unbekannte Menschen sind dann schnell bereit, in dir einen Bruder zu sehen, einen Schwiegervater oder Freund aus der Armeezeit, mit dem sie sich von ihrer Truppe davongestohlen haben, um irgendwo was zu picheln. Aber jede magische Deckung hinterlässt Spuren, die ein mehr oder weniger starker anderer erkennen kann. Deshalb verzichteten wir bei meiner Legende auf jede Magie. Geser drückte mir gekauft hatte ich sie vor einem halben Jahr. Als ich große Augen machte, erklärte Geser mir, dass die Papiere heute morgen ausgestellt, dabei aber zurückdatiert worden waren, für eine hübsche Stange Geld, und dass wir die Wohnung später zurückgeben mussten. Als Dreingabe bekam ich schauliger alter Jude, ein anderer siebten Grades. Er nahm eine Maße und versprach, bis zum Abend würde der Anzug fertig sein, indem dieser Junge endlich wie ein Mensch aussehen werde. Geser behandelte den Schneider mit ausgesuchter Höflichkeit, öffnete ihm die Tür, begleitete ihn ins Vorzimmer und fragte beim Abschied schüchtern, was denn sein Mäntelchen mache, worauf der Schneider erwiderte, sei der Mantel, der dem helllichten Geser zur Ehre gereiche fertig. Nach diesen Worten behagte mir die Entscheidung, mir einen ganzen Anzug anfertigen zu lassen, nicht mehr so wahnsinnig. Richtige grandiose Sachen hätte der Schneider offenbar nicht an einem halben Tag. Um meine Krawatten kümmerte sich Geser persönlich. Er brachte mir sogar bei, wie ich einen besonders modischen Knoten hinbekam. Danach drückte er mir ein Bündel Geldscheine in die Hand, nannte mir die Adresse eines bestimmten Geschäfts und befahl mir, alles zu kaufen, was sonst noch nötig war, inklusive Unterwäsche, Taschendücher und Socken. Als Berater schlug er mir Ignat vor, unseren Magier, der in der Tagwache garantiert als Inkubus durchgegangen wäre. Oder Sukubus, ihm war das mehr oder weniger egal. Der Streifzug durch die Boutiquen, in denen sich Ignat wie ein Fisch im Wasser fühlte, machte mir Spaß. Der Besuch beim Friseur, genauer gesagt in einem Schönheitssalon, raubte mir dagegen den letzten Nerv. Nacheinander taxierten mich zwei Frauen und ein Mann, der einen auf Tunte machte, aber nicht schwul war. Die drei seufzten lange und wünschten meinem Friseur sonst was an den Hals. Sollten diese Flüche wahr werden, müsste mein armer Coiffeur während der ihm noch verbleibenden Jahre glatzköpfige Hammelscheren, und zwar irgendwo in Tajikistan. Anscheinend gehörte das zum Schlimmsten, was man einem Friseur wünschen konnte. Ich nahm mir vor, nachher bei meinem zweitrangigen Friseur vorbeizuschauen, der mir das letzte Jahr die Haare geschnitten hatte, um zu prüfen, ob sie dem Mann nicht doch einen Höllenstrudel angehängt hatten. Der Kollektivverstand dieser Schönheitsspezialisten gelangte zu der Überzeugung, nur ein Streichholzkurzer Schnitt könne mich noch retten. So einer, wie ihn kleine Mafiosi tragen, die die Händler auf dem Markt ausnehmen. Zum Trost versicherten sie mir, der Sommer solle heiß werden, weshalb ein Kurzhaarschnitt ausgesprochen bequem sei. Nach dem Schneiden, das mehr als eine Stunde dauerte, folgten Manni und Pediküre. Danach brachte mich ein zufriedener Ignat zum Zahnarzt, der mit einem speziellen Bohrer den Zahnstein entfernte und mir riet, die Prozedur jedes halbe Jahr zu wiederholen. Meine Zähne fühlten sich danach irgendwie nackt an. Es war sogar unangenehm, sie mit der Zunge zu berühren. Auf Ignats doppeldeutige Aussage »Anton, du siehst direkt zum Verlieben aus«, fand ich keine passende Antwort, sondern murmelte nur etwas Unverständliches und ärgerte mich innerlich auf dem gesamten Weg zurück ins Büro über seinen plumpen Humor. Der Anzug war bereits fertig. Der Schneider brummte unzufrieden, wenn man ein Stück nähe, ohne ein zweites Mal Maß zu nehmen, könne man auch blindlings heiraten. Wenn alle Eheleute, die überstürzt geheiratet hätten, so gut zueinander passten, wie dieser Anzug zu mir, sollte die Zahl der Scheidungen eigentlich gegen null tendieren. Guiser sprach mit dem Schneider noch über seinen Mantel. Die beiden stritten lange und heftig über die Knöpfe, bis der helllichte Magier schließlich nachgab. Ich stand am Fenster, schaute auf die abendliche Straße und das blinkende Lämpchen der Alarmanlage an meinem Auto hinaus. Wenn sie nur die Karre nicht klauten, einen magischen Schutz, der sämtliche Diebe abschreckte, durfte ich nicht wirken. Er hätte mich schneller verraten als in dem Witz vom Spion Stirlitz jener Fallschirm, den er hinter sich her schleppte. Schlafen musste ich heute bereits in der neuen Wohnung. Dabei sollte ich so tun, als täte ich das nicht das erste Mal. Nur gut, dass zu Hause niemand auf mich wartete, weder meine Frau noch meine Tochter, kein Hund und keine Katze. Noch nicht mal Fische im Aquarium umhielten wir. Und das war auch gut so. Hast du deine Aufgabe verstanden, Grodetzky? fragte Gisard. Während ich am Fenster meinen Gedanken nachhing, war der Schneider gegangen. In dem neuen Anzug fühlte ich mich überraschend wohl. Selbst mit dem Kurzhaarschnitt kam ich mir nicht wie ein Erpresser von Schwarzhändlern, sondern wie jemand Wichtigeres vor, zum Beispiel wie jemand, der in kleinen Geschäften Schutzgelder eintrieb. Ich ziehe ins Assol, lerne die Nachbarn kennen, suche nach Spuren des abtrünnigen Anderen und seines eventuellen Auftraggebers. Wenn mir was auffällt, mache ich Meldung. Wenn ich mich mit anderen Parteien, die an dieser Untersuchung beteiligt sind, treffe, verhalte ich mich korrekt, tausche Informationen aus und lasse mich auf eine Zusammenarbeit ein. Gesa trat neben mich ans Fenster. Er nickte. Richtig, Anton. Richtig. Das Wichtigste hast du jedoch vergessen. Ja? fragte ich. Du darfst keine der Versionen bevorzugen, selbst die nicht, die dir am wahrscheinlichsten vorkommen, gerade weil sie am wahrscheinlichsten sind. Der andere kann ein Vampir oder ein Tiermensch sein, muss es aber nicht. Ich nickte. Er kann ein dunkler sein, fuhr Giser fort, aber auch ein Lichter. Ich sagte kein Wort. Dieser Gedanke war mir auch schon in den Sinn gekommen. Und das Allerwichtigste, fügte Giser hinzu, dass er aus einem Menschen einen anderen machen will, das könnte auch ein Bluff sein. Aber das muss es nicht, hackte ich nach. Gibt es denn nun die Möglichkeit, aus einem Menschen einen anderen zu machen, Giser, oder nicht? Du glaubst doch nicht etwa, ich würde so etwas geheim halten, antwortete Giser mit einer Frage, wie viele Schicksale von anderen, die verloren sind, wie viele wundervolle Menschen, die gezwungen sind, nur ihr kurzes Leben zu leben. Der gleichen ist bisher niemals vorgekommen. Aber für alles gibt es ein erstes Mal. Dann werde ich davon ausgehen, dass es möglich ist, meinte ich. Ich kann dir keine Amulette geben, bedauerte Giser. Du musst das verstehen. Auch Magie solltest du besser nicht einsetzen. Das Einzige, was du darfst, ist, durchs Zwielicht zu schauen. Aber im Notfall sind wir schnell da. Du brauchst uns bloß zu rufen. Er verstummte kurz. Ich gehe aber du solltest genau das tun. Noch nie hatte ich in einer Tiefgarage parken müssen. Nur gut, dass hier wenig Autos standen, die Beton auffahrt in grelles Licht getaucht war und der Security Mann, der in einem Bildschirm die Vorgänge im Innern beobachtete, mir freundlich erklärte, wo sich meine Garagen befanden. Man ging also davon aus, dass ich mindestens zwei Autos hätte. Sachen und schaltete die Alarmanlage ein. Dann wandte ich mich zum Ausgang und bekam die erstaunte Frage des Security Menschen zu hören, ob die Fahrstühle wirklich nicht funktionierten. Ich musste die Stirn runzeln, mit der Hand abwinken und erklären, dass ich ein Jahr lang nicht mehr hier gewesen sei. Der Mann fragte nach meinem Block und dem Stockwerk, in dem ich wohnte, um mich dann zum den siebten Stock hinauf. Es war nahezu beschämend, dass ich so weit unten wohnte. Nicht, dass ich nach einer Penthouse Wohnung verlangt hätte, aber trotzdem. Im Treppenhaus, falls dieser schnöde Ausdruck überhaupt zu jener Halle mit einer Fläche von dreißig Quadratmetern passte, irrte ich eine Zeit lang zwischen den Türen hin und her. Ein überraschendes Ende des Märchens. Bei gigantischer dunkler Raum. Betonwände, Betonboden, keine weiteren Unterteilungen, leises Tropfen von Wasser. Es dauerte lange, bis ich mich zwischen den drei bereits eingesetzten Türen entschieden hatte. Nummern hatten sie keine. Nach einer Weile entdeckte ich an einer Tür dann doch eine eckige Nummer, die jemand eingeritzt hatte, an einer anderen die Überreste einer Kreide aufschrift. Also konnte meine Tür nur die Dritte sein, die unscheinbarste von allen. Bei Gisert hätte ich allerdings auch damit rechnen müssen, dass er mich in der Wohnung untergebracht hätte, deren Tür fehlte. Dann wäre jedoch meine Legende zum Teufel gewesen. Ich krammte den Schlüsselbund hervor und schloss die Tür relativ leicht auf, suchte den Lichtschalter und stieß auf eine ganze Palette von Schaltern. Ich machte mich daran, sie nacheinander zu betätigen. Sobald die Wohnung beleuchtet war, schloss ich die Tür und sah mich nachdenklich um. Das Ganze hatte was, könnte man meinen. Der bisherige Besitzer, ja, schon gut, laut Legende bin ich das. Ich hatte also mit der Modernisierung angefangen. Offenbar trug ich mich mit napoleonischen Plänen. Wie sonst ließen sich das handgefertigte kunstvolle Parkett, die Eichenfenster, die Klimaanlage Daikin und andere Attribute des schöneren Wohnens erklären. Im weiteren Verlaufe war mir dann vermutlich das Geld ausgegangen, denn das riesige Apartmentstudio, ohne jede Wende im Inneren, bestach durch jungfräuliche Leere. In der Ecke, in der die Küche hätte liegen sollen, stand ein schiefer Gasherd der Marke Brest, auf dem man durchaus schon Grießbrei gekocht haben konnte, als ich noch in den Windeln lag. Direkt auf dem Herdring thronte, als wolle sie mich warnen, benutze bloß nicht den Herd, eine einfache Mikrowelle. Über dem schrottreifen Herd hing übrigens ein Luxusabzug. Neben ihm fristeten zwei Hocker und ein niedriger Teewagen ihr Dasein. Aus alter Gewohnheit zog ich mir die Schuhe aus und ging in die Küchenecke. Einen Kühlschrank gab es nicht, genauso wenig wie Möbel, aber auf dem Fußboden stand ein großer Pappkarton voll Proviant. Flaschen mit Mineralwasser und Alkohol, Konserven, Tütensuppen, Päckchen mit Zwieback. Vielen Dank auch, Geser. Wenn Sie vielleicht auch noch an einen Topf hätten denken können. Aus der Küche steuerte ich auf die Badezimmertür zu. Offensichtlich hatte ich Einheitspreis zu geben. Ich öffnete die Tür und sah mir das Bad an. Ganz passabel. Ein zehn, zwölf Quadratmeter großer Raum, hübsche türkisfarbene Kacheln, eine futuristisch anmutende Duschkabine. Allein bei dem Gedanken, was sie gekostet haben musste, wurde mir mulmig. Und womit sie wohl aufgemotzt sein mochte. Eine Jacuzzi gab es nicht. Es gab überhaupt keine Badewanne. In einer Ecke hingen lediglich ein paar abgedichtete Wasserleitungen heraus. Und dann, während ich das Bad weiter inspizierte, bestätigte sich mein schrecklicher Verdacht, das Klo fehlte ebenfalls. Es gab nur ein Fallrohr, in das ein Holzverschluss gerammt worden war. Wirklich. Vielen Dank auch, Geserr. Aber Stopp. Nur keine Panik. In Wohnungen wie diesen gibt es mehr als eine Toilette. Es musste noch ein Klo vorhanden sein für Gäste, Kinder, Angestellte. Ich stürzte ins Studio zurück und entdeckte in einer Ecke tatsächlich eine weitere Tür, direkt neben dem Eingang. Mein Instinkt hatte mich nicht getäuscht, das Gästeklo. Eine Wanne war hier sowieso nicht zu erwarten, die Duschkabine schlichter. Anstelle des Klos entdeckte ich jedoch nur ein weiteres abgedichtetes Rohr. Mist, Scheiße! Sicher, mir ist klar, dass echte Profis auf diese Kleinigkeiten nicht achten. Wenn James Bond mal aufs Klo geht, dann bloß, um ein Gespräch zu belauschen oder einen Gangster zu erledigen, der sich im Spülkasten versteckt hat. Aber ich sollte hier wohnen! Ein paar Sekunden lang spielte ich mit dem Gedanken, Gäser anzurufen und einen Klempner samt kompletter Ausstattung anzufordern. Dann stellte der Oberinstallateur Moskaus ins Assol und baute höchst persönlich ein Klosett ein, während Gäser immer noch lächelte und den Kopf schüttelte. Magiern seines Niveaus unterlaufen in Details keine Fehler. Ihre Fehler, das sind brennende Städte, blutige Kriege und Impeachments von Präsidenten, aber nicht ein fehlendes Klo. Wenn es in meiner Wohnung keine Toilette gab, sollte das so sein. Abermals durchstreifte ich meinen Wohnraum, fand eine aufgerollte Matratze und eine Garnitur fröhlich bunt bedruckter Bettwäsche. Ich entrollte die Matratze, packte die Tasche mit meinen Sachen aus, zog Jeans und das T-Shirt mit dem optimistischen Aufdruck zum klinischen Tod an. Schließlich bräuchte ich in meiner eigenen Wohnung nicht in Schlips und Kragen rumzulaufen. Dann holte ich den Laptop heraus. Übrigens, wie sollte ich hier ins Internet kommen? Übers Handy? Ich musste noch einen Streifzug durch die Wohnung machen. Eine Steckdose fand sich in der Wand des großen Badezimmers, glücklicherweise sogar auf der Seite zum Studio. Das konnte kein Zufall sein. Deshalb schaute ich ins Bad. In der Tat, neben dem nicht funktionierenden Klo prangte eine weitere Steckdose. Was hatte ich bloß für einen seltsamen Geschmack, als ich mit der Modernisierung begonnen habe. Aber schließlich war ich nicht deswegen hergekommen. Um die lastende Stille wenigstens ein bisschen zu vertreiben, öffnete ich das Fenster. Warmer Wind strömte ins Zimmer. Über dem Fluss leuchteten die Fenster der Häuser. Gewöhnlicher Häuser von Menschen. Und immer noch diese Stille. Kein Wunder um ein Uhr nachts. Ich kramte den MD-Player heraus, wühlte in den Scheiben und entschied mich für Belaya Guardia, eine Gruppe, die niemals die Charts auf MTV anführen oder Stadien füllen würde. Mit eingestöpselten Kopfhörern streckte ich mich auf der Matratze aus. Wenn dieser Kampf zu Ende geht und du noch lebst am nächsten Tage, dann wird dir klar, es riecht der Sieg genauso streng wie Niederlage. Du bist allein, hast keine Feinde mehr und stehst verloren in den Trümmern nun. Der Himmel drückt dir auf die Schultern schwer, was bleibt in dieser Wüste noch zu tun? Doch du wartest ab, was sie bringt, die Zeit, du wartest ab. Und Honig scheint dir bitterer als Salz, die Träne süßer nicht als Wermut, nein, ich kenne keine größeren Schmerzen als lebendig unter lauter Schläfern sein. Doch du wartest ab, was sie bringt, die Zeit, du wartest ab. Als ich mich dabei erwischte, wie ich die leise Frauenstimme mit unmelodischem Gesang begleitete, stöpselte ich die Kopfhörer aus und stellte den Player ab. Nein, ich war nicht hier, um rumzuhängen. Was hätte James Bond an meiner Stelle getan? Den geheimnisvollen anderen, diesen Verräter gefunden, seinen menschlichen Auftraggeber und den Verfasser des anonymen Briefes? Und was tue ich? Ich suche etwas, was für mich schlicht und ergreifend lebensnotwendig ist. Da unten bei den Security-Menschen wird es doch wohl ein Klo geben. Irgendwo draußen, nein, ganz in der Nähe, dröhnte mit voller Wucht eine Bassgitarre. Ich sprang auf, aber in der Wohnung entdeckte ich niemanden. Und jetzt los, Kumpel, drang es von draußen herein. Ich beugte mich zum Fenster hinaus und ließ den Blick über die Fassade des Assol wandern. Zwei Stockwerke weiter oben bemerkte ich die offenen Fenster, aus denen diese grauenvollen, erstaunlicherweise für eine Bassgitarre arrangierten Akkorde hochschalten. Früher, was hab ich da für Geschäfte gemacht? Galt als scharfer Hecht, als großer Geschäftemacher. Doch neulich, da ist mir aufgefallen, und wer hätte das gedacht? Verdammt lang her, dass ich mein letztes Geschäft gemacht. Doch Anno Dunnemals, was hab ich da für Geschäftchen gemacht? Hab Druck ausgeübt, denn drücken konnte ich wie kein Zweiter. Deshalb hab ich ja auch allein für alle die Geschäfte gemacht. Die haben sich gedrückt, und das Drücken blieb mir, dem goldenen Reiter. Unmöglich, sich einen größeren Kontrast vorzustellen, als die leise Stimme von Soja Yashchenko, der Sängerin von Belaya Guardia, und diesem unvorstellbaren Chanson zur Bassgitarre. Trotzdem gefiel mir das Lied irgendwie. Der Sänger, der nur drei Akkorde hinbekam, streute sich weiter aufs Haupt. Aber noch hab ich mein letztes Geschäft hier nicht gemacht, selbst wenn wohl kein Geschäft mehr die Größe von einst erreicht, weil heute ja jeder über große Geschäfte bloß lacht, weil es zum Druck machen, zum Drücken nicht mehr reicht. Ich lachte los. Ein echter Underdog-Song. Alle Attribute stimmten. Der lyrische Held erinnert sich an die Tage seines vergangenen Ruhmes, beschreibt seine jetzige Misere und klagt darüber, dass er nie wieder etwas Großes vollbringen werde. Ich hatte den starken Verdacht, dass, wenn dieses Lied im Schlagerradio gespielt werden würde, 90% der Hörer die Anspielung nicht einmal mitbekämen. Die Gitarre stieß ein paar Seufzer aus. Dann stimmte der Sänger ein neues Lied an. Bin noch nie im Irrenhaus gewesen, also frag mich bitte nicht danach. Die Musik brach ab. Irgendjemand seufzte jämmerlich und strich noch etwas über die Seiten. Ich zögerte nicht länger, tauchte in den Pappkarton ab, holte eine Flasche Wodka und ein Stück Räucherwurst heraus, stürmte ins Treppenhaus hinaus, knallte die Tür hinter mir zu und rannte hinauf. Die Wohnung des Mitternachts Baden zu finden, war nicht schwerer als einen im Gebüsch versteckten Presslufthammer auszumachen. Ein Presslufthammer in Betrieb. Vögel singen hier nicht mehr, nirgends scheint die liebe Sonne, Kinder toben nicht umher, böse bei der Abfalltonne. Ich klingelte, fragte mich aber, ob er das überhaupt hören würde, doch die Musik verstummte und eine halbe Minute später öffnete sich die Tür. In der Türfüllung stand, freundlich lächelnd, ein kleinerer, gedrungener Mann von etwa dreißig Jahren. In seinen Händen hielt er die Tatwaffe, eine Bassgitarre. Mit finsterer Genugtuung bemerkte ich, dass der Barde ebenfalls einen Mafioso-Schnitt trug. Außerdem verwaschene Jeans und ein recht kurioses T-Shirt, auf dem ein Soldat in russischer Uniform mit einem riesigen Messer, prangte der stolze Aufdruck, wir können euch auch daran erinnern, wer den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat. Auch nicht schlecht, kommentierte der Gitarrist mein T-Shirt. Komm rein! Er nahm den Wodka und die Wurst an sich und verschwand in den Untiefen seiner Wohnung. Ich sah ihn mir durchs Zwielicht an. Ein Mensch, mit einer derart wirren Aura, dass ich gar nicht erst versuchte, seinen Charakter zu verstehen. Mit grauen, rosafarbenen, roten und blauen Tönen. Ein erstaunlicher Cocktail. Ich folgte dem Gitarristen. Seine Wohnung war doppelt so groß wie meine. Mit seinem Gitarrenspiel hatte er sich die bestimmt nicht verdient, aber das ging mich nichts an. Viel komischer war, dass die Wohnung von der Größe abgesehen eine genaue Kopie meiner eigenen darstellte. Die Anfänge einer ambitionierten Modernisierung, die überstürzt abgebrochen und nur teilweise ausgeführt worden war. Mitten in dem enormen Wohnzimmer, 15x15 Meter mindestens, standen ein Stuhl, davor ein Mikroständer, ein guter Verstärker wie in Profis benutzen und zwei gigantische Boxen. An der Wand reiten sich drei riesige Kühlschränke von Bosch. Der Gitarrist öffnete den größten, in dem gähnende Leere herrschte, und legte den Wodka ins Eisfach. Zu warm, erklärte er. Ich habe keinen Kühlschrank, erklärte ich. Komm vor, meinte er. Lass. Was soll ich lassen? Ich verstand nicht, was er meinte. So heiß ich. Lass. Steht natürlich nicht im Pass. Anton, stellte ich ich. Nachdenklich kratzte sich Lass den Nacken, blickte zu den offenen Fenstern hinüber. Ich habe sie aufgemacht, damit es nicht so laut ist, erklärte er. Das halten meine Ohren nicht aus. Ich wollte eine Schallisolierung einbauen lassen, aber mir ist das Geld ausgegangen. Anscheinend ein verbreitetes Übel, tastete ich mich vor. Ich habe nicht einmal ein Klo. Lass grinste triumphierend. Ich schon, seit einer Woche, da hinter der Tür. Als ich wieder kam, schnitt Lass gerade mit wehmütigem Blick die Wurst. Warum ein englisches, konnte ich meine Neugier nicht unterdrücken, noch dazu ein so großes. Hast du die Firmenlogos an dem Ding gesehen? fragte Lass. Wir haben das erste Klosett erfunden. Wie hätte ich das Ding nicht kaufen können, mit dem Slogan? Ich habe vor, den Aufkleber einzuscannen und ein wenig zu korrigieren. Es sollte heißen, wir haben als erste verstanden, wozu Menschen alles klar, kam ich ihm zuvor. Dafür habe ich eine Dusche. Echt? Der Bade stand auf. Seit drei Tagen träume ich davon, mich mal zu waschen. Ich hielt ihm den Schlüssel hin. Kümmer dich inzwischen darum, dass wir zum Wodka was zu Essen haben, meinte Lass froh. Der Wodka ist garantiert in zehn Minuten eiskalt und bei mir dauert es nicht lange. Die Tür schlug zu und ich blieb allein in der fremden Wohnung zurück. In trauter Einsamkeit mit angeschlossenen Verstärkern, bereits geschnittener Wurst und einem riesigen leeren Kühlschrank. Ach ja, niemals hätte ich gedacht, dass in solchen Häusern die ungezwungene freundschaftliche Atmosphäre einer Wohngemeinschaft herrschen könnte oder eines Wohnheims für Studenten. Geh du ruhig auf mein Klo, dann nehme ich ein Bad in deiner Jacuzzi. Piotr Petrovic hat einen Kühlschrank, Ivan Ivanovic hat versprochen, Wodka mitzubringen, er handelt schließlich damit und Semyon Semyon schneidet die Zuspeisen sorgsam, akkurat in kleine Stücke. Vermutlich haben die meisten Mieter hier die Wohnung für die Ewigkeit gekauft, mit all dem Geld, das sie sich erarbeitet, zusammengeklaut und geliehen haben. Erst danach ging den glücklichen Wohnungseigentümern auf, was in einer Wohnung dieser Größe noch alles gemacht werden muss. Und jemand, der sich hier eine Wohnung gekauft hatte, nahm jede Firma bis aufs letzte Hemd aus. Dann galt es, monatlich auch noch etwas für die sonstige Unmenge an Quadratmetern, die Tiefgarage, die Grünanlage und die Uferstraße zu berappen. So stand das riesige Haus halb leer, wirkte fast aufgegeben. Natürlich ist es keine Tragödie, wenn jemand nur eine kleine Perle besitzt, aber zum ersten Mal konnte ich mich mit eigenen Augen davon überzeugen, dass es mindestens eine Tragik-Komödie war. Wie viele Menschen wohl tatsächlich im Asshole lebten. Wenn auf das nächtliche Geheul der Bass Gitarre hin nur ein Mieter erschienen ist. Und wenn dieser seltsame Barde bisher völlig ungestört rumlärmen konnte. Ein Mieter pro Stockwerk? Wohl eher noch weniger. Wer hat dann den Brief abgeschickt? Ich versuchte mir vorzustellen, wie Lass mit einer Nagelschere Buchstaben aus der Praff daraus schnitt. Das klappte nicht. Einer schloss die Augen, stellte mir vor, wie sich der graue Schatten von meinen Lidern auf die Pupillen legte. Dann öffnete ich die Augen und sah mich durchs Zwielicht in der Wohnung um. Nicht die geringste Spur von Magie. Selbst an der Gitarre nicht, die, auch wenn sie ein dankbares Instrument ist, nur einmal in den Händen eines anderen oder eines potenziellen anderen dieser Parasit des Zwielichts, der von negativen Gefühlen lebt, ließ sich auch nicht entdecken. Wenn der Hausherr in eine Depression gefallen sein sollte, dann nicht innerhalb seiner eigenen vier Wände. Oder er hat sich offen und von ganzem Herzen amüsiert und damit das blaue Moos verbrannt. Schließlich setzte ich seinen Agenten mit einer Vergiftung auszuschalten. Jetzt stimmt die Temperatur, meinte Lass, während er aus der offenen Flasche einen Weinthermometer zog. Wir haben es nicht übertrieben, sonst verwässerst du den Wodka, bis er die Konsistenz von Glycerin hat. Da kannst du auch gleich flüssigen Stickstoff trinken. Auf unsere Bekanntschaft! Wir tranken auf Ecks und aßen Wurst und Zwieback dazu. Den Zwieback hatte Lass aus meiner Wohnung mitgebracht, mit der Erklärung, er habe sich heute überhaupt nicht um Essen gekümmert. Alle im Haus leben so von Glycerin hat. Da kannst doch gleich flüssigen Stickstoff trinken. Auf unsere Bekanntschaft! Wir tranken auf Ecks und aßen Wurst und Zwieback dazu. Den Zwieback hatte Lass aus meiner Wohnung mitgebracht, mit der Er habe So setzte er mir auseinander. Sicher, es gibt natürlich auch diejenigen, bei denen das Geld sowohl für die Handwerker wie auch für die Ausstattung reicht. Aber mach dir doch mal klar, was es für ein Vergnügen ist, in einem leeren Haus zu wohnen. Man wartet darauf, bis solche Deppen wie du und ich fertig mit den Umbauten sind und das Haus voll wird. Das Café ist geschlossen, das Casino leer, angeblich haben sie was ganz Schreckliches beobachtet. Naja, sie wurden gleich zum Arzt gebracht. Wie sich herausstellte, waren die beiden total zugekifft. Bei diesen Worten holte Lass ein Päckchen Bellomor aus seiner Tasche. Willst du? fragte er mit vielsagendem Blick. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ein Mensch, der so begeistert Wodka trank, sich mit Marihuana abgab. Ich schüttelte den Kopf. Rauchst du viel? fragte ich. Das ist heute schon die zweite Schachtel, seufzte Lass. In dem Moment begriff er mich. Echt Anton, das sind Bellomor, kein Gras. Früher habe ich Gitan geraucht, doch dann ist mir klar geworden, dass die auch nicht anders schmecken als unsere Bellomor. Wie originell, meinte ich. Was hat das damit zu tun, blaffte Lass. Es geht mir nicht darum, originell zu sein. Sobald ein Mensch aus seiner Haut raus will, ein anderer sein will, ich erschauerte, doch Lass fuhr gelassen fort. Nicht so sein will wie alle, heißt es gleich, der hält sich für was besonderes. Mir schmecken die Bellomor einfach. In einer Woche habe ich vielleicht die Schnauze voll, dann höre ich auf damit. Ist doch nicht schlimm, wenn man mal ein anderer sein will, ließ sich einen Probeballon los. Wirklich ein anderer zu sein ist schwer, erwiderte Lass. Vor ein paar Tagen habe ich gedacht, abermals merkte ich auf. Der Brief war vor zwei Tagen abgeschickt worden. So glatt konnte sich doch nicht alles auflösen. Ich war im Krankenhaus während der Sprechstunde dort. Da habe bei denen ist alles ganz seriös. Titanprothesen als Ersatz für verlorene Extremitäten. Schenkelknochen, Kniegelenke, Hüftgelenke, Kiefer. Der Preis für einen Schädel anstelle der eingebüßten Knochen, der Zähne und anderer Kleinigkeiten. Ich habe meinen Taschenrechner rausgeholt und berechnet, wie viel es kostet, sich sämtliche Knochen ersetzen zu lassen. Eine Million siebenhundert Tausend Dollar. Allerdings vermute ich, dass man bei einem derartigen Großauftrag einen hübschen Rabatt bekommt. Zwanzig, dreißig Prozent. Und wenn du die Ärzte noch überzeugen kannst, dass das gute Reklame ist, brauchst du nicht mehr als eine halbe Million hinzublättern. Wozu? fragte ich. Dank dem Friseur konnten sich mir die Haare nicht mehr sträuben. Es war einfach nichts mehr da. Das ist doch interessant, erklärte Lass. Stell dir vor, du musst einen Nagel einhauen. Du holst aus und schlägst mit der Faust auf den Nagel. Der dringt in den Beton ein. Titan Knochen. Oder jemand versucht, dich zu verprügeln. Sicher, es gibt noch einige Mängel. Auch mit den künstlichen Organen sieht es nicht gut aus. Aber die Richtung, in die der Fortschritt geht, freut mich. Er goss uns noch einmal ein. Ich glaube, der Fortschritt geht in eine andere Richtung, versuchte ich, meine Taktik zu ändern. Man müsste die Möglichkeiten des Organismus besser nutzen. Was in uns steckt, ist doch ganz erstaunlich. Telekinese, Telepathie. Lass setzte eine betriebsde Miene auf. So gucke ich auch aus der Wäsche, wenn ich es mit einem Idioten zu tun habe. Kannst du meine Gedanken lesen? fragte er. Jetzt nicht, gab ich zu. Ich glaube, wir brauchen hier keine neuen Fähigkeiten zu ersinnen, erklärte Lass. Alles, was der Mensch kann, ist seit langem bekannt. Wenn die Menschen Gedanken lesen, levitieren und ähnlichen Unsinnen vollbringen könnten, wäre das längst bewiesen. Wenn ein Mensch plötzlich solche Fähigkeiten besitzt, wird er sie vor seiner Umwelt verbergen, entgegnete ich und beobachtete Lass durchs Zwielicht. Wenn er wirklich so etwas wie ein anderer wäre, würde er den Neid und die Furcht seiner Umwelt herauf beschwören. Lass ließ nicht die geringste Nervosität erkennen, nur Skepsis. Aber würde dieser Wunderknabe nicht dafür sorgen wollen, dass seine geliebte Frau und die Kinder die gleichen Fähigkeiten hätten? Mit der Zeit würden sie uns als biologische Art verdrängen. besonderen Fähigkeiten nicht vererbt werden könnten? fragte ich. Oder nicht unbedingt? Oder wenn es unmöglich wäre, sie einem anderen zu vermitteln? Dann würden die Menschen und die anderen unabhängig voneinander existieren. Wenn es nicht viele dieser anderen gibt, würden sie sich vor ihrer Umwelt verstecken. Ich glaube, du meinst eine zufällige Mutation, die zu übersinnlichen Fähigkeiten führt, vermutete Lass. Doch wenn diese Mutation zufällig und rezessiv ist, braucht sie uns nicht zu interessieren. Aber die Titanknochen kann man sich schon heute einsetzen lassen. Na toll, schnaubte ich. Wir tranken auf Ex. Trotz allem hat unsere Situation was, meinte Lass verträumt, ein riesiges leeres Haus, 100 Wohnungen und nur neun Leute, die hier wohnen, wenn du dich dazu rechnest. Was könnte man hier nicht alles machen? Da bleibt dir die Spucke weg. Was für einen Film könnte man hier drehen? Oder stell dir mal einen Videoclip vor. Ein luxuriöses Entterieur, leere Restaurants, tote Waschsalons, rostende Fitnessgeräte und kalte Saunen, leere Schwimmbecken und unter einer Decke dahin vegetierende Tische im Casino. Durch all diese Pracht schlendert eine junge Frau, schlendert und singt, egal was. Drehst du Clips? hakte ich nach. Nö. Lass runzelte die Stirn. Naja, einmal habe ich einer bekannten Punkgruppe geholfen, ein Video zu machen. Erst wurde es auf MTV gezeigt, dann aber verboten. Was war denn an dem so schrecklich? Nichts weiter, sagte Lass. Ein stinknormales Lied. Nichts, was zensiert werden müsste. Es ging sogar um Liebe. Das Video war komisch. Wir haben es in einem Krankenhaus für Personen mit Störungen Bewegungsapparat gedreht, haben Stroboskope in einem Saal aufgestellt, das Volkslied Hey Kosak, wo ist dein Pferd geblieben angestellt und die Patienten gebeten zu tanzen. Das haben sie dann gemacht, unter den Stroboskopen, so gut sie konnten. Dann haben wir auf diese Bilder eine neue Tonspur gelegt. War wirklich sehr stilvoll. Aber zeigen durften wir die Videospur vor und erschauerte. Clips sind nicht meine Stärke, gab Lars zu. Auch als Musiker taug ich nicht viel. Einmal wurde ein Song von mir im Radio gespielt, spät nachts, in einer Sendung für alle möglichen Loser. Was glaubst du, was da passiert ist? Ein bekannter Komponist rief beim Radio an, um zu sagen, dass er sein ganzes Leben lang versucht habe, den ganzes Lebenswerk zunichte. Du hast doch schon ein Lied von mir gehört. Bist du danach ein schlechter Kerl geworden? Meiner Meinung hat das Lied sich lustig gemacht, sagte ich, über die schlechten Kerle. Danke, meinte Lars traurig, aber das ist die Krux, dass viele das gar nicht kapieren, die glauben, das ist alles ernst. Dann sind sie Idioten, versuchte ich, den und die Kopfprothesen sind noch nicht ausgereift. Er griff nach der Flasche, goss Wodka ein. Komm vorbei, wenn du wieder pinkeln musst, forderte er mich auf. Nur keine falsche Scham, außerdem werde ich dir noch den Schlüssel von einer Wohnung im vierzehnten Stock geben. Die ist leer, hat aber Klos. Hat denn der Besitzer nichts dagegen? grinste ich. Dem ist jetzt alles egal, und die Erben kriegen es nicht fertig, die Bude unter sich aufzuteilen. Um vier Uhr morgens kehrte ich in meine Wohnung zurück, leicht betrunken, aber erstaunlich entspannt. Derart andere Menschen trifft man schließlich selten. Die Arbeit in der Wache erzieht ich in gewisser Weise dazu, pauschal zu denken. Der raucht nicht, der trinkt nicht, also ist ein guter Junge, aber der flucht, erster Linie die Guten, unsere Stütze, während die Schlechten eine potenzielle Basis für die Dunklen darstellen. Darüber vergessen wir dann gern, wie unterschiedlich Menschen sein können. Der Barde wusste nichts von den anderen, da war ich mir absolut sicher. Und wenn es mir gelingen würde, mit jedem Mieter im Assol so die halbe Nacht lang zusammen zu hocken, dann könnte ich mir von jedem reinbitten, nicht jeder würde über Gott und die Welt plaudern. Von den zehn Mietern abgesehen gab es noch Hunderte von Menschen, die hier arbeiteten, Security-Leute, Installateure, Handwerker, Buchhalter. Niemals konnte ich in absehbarer Zeit alle überprüfen. Nachdem ich geduscht hatte, in der Duschkabine hing ein komischer Schlauch, aus dem Wasser plätscherte, kam ich in mein einziges Zimmer. Ich musste schlafen. Morgen früh würde ich mir dann einen neuen Plan überlegen. Hallo, Anton, klang es vom Fenster herein. Ich erkannte die Stimme. Sofort fühlte ich mich beklommen. Guten Abend, Kostja, erwiderte ich. Guten Abend, das klang irgendwie unangemessen, aber einem Vampir einen schlechten Abend zu wünschen, wäre noch dümmer gewesen. Kann ich reinkommen? fragte Kostja. Ich trat ans Fenster. Kostja saß mit dem Rücken zu mir auf dem Fensterbrett und baumelte mit den Beinen. Er war splitterfasernackt. Als wolle er mir beweisen, ich bin nicht die Fassade hochgeklettert, sondern als riesige Fledermaus an dein Fenster geflogen gekommen. Ein hoher Vampir mit Anfang zwanzig. Ein fähiger Junge. Lieber nicht, lehnte ich ab. Kostja nickte, fing keinen Streit an. Anscheinend sind wir auf denselben Fall angesetzt. Ja. Gut. Kostja drehte sich zu mir um, lächelte mit weißen Zähnen. Ich freue mich, dass wir zusammen arbeiten. Aber du hast Angst vor mir, oder? Nein. Ich habe jede Menge gelernt, prallte Kostja, genau wie damals, als er noch ein Kind gewesen war und verkündet hatte, ich bin ein schrecklicher Vampir. Ich werde lernen, mich in eine Fledermaus zu verwandeln. Ich werde fliegen lernen. Du hast gar nichts gelernt, korrigierte ich ihn. Du hast bloß jede Menge gestohlen. Das sind Wortklaubereien. Kostja runzelte die Stirn. Das ist nur eines der üblichen Wortspiele von euch lichten. Ihr habt mir etwas angeboten und ich habe es genommen. Irgendwas dagegen? Wir wollen uns doch nicht streiten, oder? fragte ich und hob die Hand, wobei ich mit den Fingern das Zeichen des Aton andeutete, das gegen alle Untoten fallen soll. Schon lange wollte ich mal ausprobieren, ob die alten nordafrikanischen Zauber bei den russischen Dämonen von heute wirken. Ängstlich starrte Kostja auf das unvollendete Zeichen. Entweder wusste er davon, oder Kraft stürmte auf ihn ein. Darfst du denn deine Tarnung aufgeben? fragte er. Wütend senkte ich die Hand. Nein, aber ich kann doch wohl ein Risiko eingehen. Das ist nicht nötig. Du brauchst nur ein Wort zu sagen, dann gehe ich. Aber wo wir schon denselben Fall bearbeiten, sollten wir miteinander reden. Dann rede, forderte ich ihn auf und zog einen der Hocker ans Fenster. Du lässt mich also nicht rein. Ich möchte nicht nachts allein mit einem nackten Mann erwischt werden, erklärte ich grünsend. Wer weiß, was die Leute dann denken. Schieß los. Wie gefällt dir der T-Shirt Sammler? Fragend sah ich Kostja an. Der aus dem neunten Stock. Er sammelt T-Shirts mit albernen Slogans. Der hat keine Ahnung, versicherte ich. glaub ich auch. Kostja nickte. Acht Wohnungen sind belegt. Bei weiteren sechs tauchen die Mieter ab und an auf. In den übrigen nur äußerst selten. Alle Dauermieter hab ich schon überprüft. Und? Null. Sie wissen nichts von uns. Ich erkundigte mich nicht, woher Kostja diese Gewissheit nahm. Immerhin war er ein hoher Vampir. Die konnten einem mit der Leichtigkeit eines erfahrenen Magiers ins Bewusstsein eindringen. Die übrigen sechs knöpfe ich mir morgen vor, kündigte Kostja an. Besondere Hoffnung mache ich mir aber nicht. Hast du jemanden in Verdacht? fragte ich. Kostja zuckte die Schultern. Jeder, der hier wohnt, hat genug Geld und Einfluss, um für einen Vampir oder einen Tier Menschen von Interesse zu sein. Für einen schwachen, gierigen, frischgebackenen Vertreter dieser Spezies. Auf diese Weise können wir den Kreis der Verdächtigen also nicht eingrenzen. Wie viele frischgebackene niedere Dunkle gibt es zurzeit in Moskau, wollte ich wissen, und wunderte mich selbst darüber, wie leicht mir die niederen Dunklen über die Lippen gingen. Früher hatte ich nie so von ihnen gesprochen. Da hatten sie mir leid getan. Kostja reagierte gelassen auf meiner Äußerung. In der Tat, ein hoher Vampir. Konzentriert, selbstsicher. Nicht sehr viele, wich er aus. Aber die werden wir überprüfen, da kannst du ganz beruhigt sein. Alle werden überprüft. Die niederen anderen, aber auch die Magier. Bringt der Fall Sebulon auf die Palme? fragte ich. Geh sehr ist auch nicht gerade die Ruhe in Person, höhnte Kostja. Das Ganze ist für alle unangenehm. Nur du nimmst die Sache auf die leichte Schulter. Mir ist nicht klar, was daran so schlimm sein soll, gestand ich. Es gibt Menschen, die bereits von unserer Existenz wissen. Nur weniger, aber immerhin. Ein Mensch mehr oder weniger, das ändert doch nichts. Wenn er anfängt, Lärm zu schlagen, finden wir ihn im Hand umdrehen und erklären ihn für psychisch krank. So was hat es. Und wenn er ein anderer wird? fragte Kostja scharf. Dann gibt es einen anderen mehr. Ich zuckte mit den Achseln. Wenn er aber weder ein Vampir noch ein Tiermensch, sondern ein richtiger anderer wird? Kostja bläckte die Zähne zu einem Lächeln. Ein echter? Egal, ob nun ein Lichter oder ein dunkler? Dann gibt es einen Magier mehr, wiederholte ich nur. Hör mir mal zu, Anton, sagte Kostja kopfschüttelnd. Ich mag dich. Immer noch. Aber manchmal kann ich mich nur wundern, wie naiv du bist. Er streckte sich. An seinen Armen wuchs ein kurzhaariges Fell. Seine Haut dunkelte ein und verlor ihre Glätte. Nimm dir die Angestellten der Miet hervor, riet er mit feiner durchdringender Stimme. Wenn du etwas witterst, ruf mich. Er wandte mir das in der Transformation verzerrte Gesicht zu. Weißt du, Anton, meinte er und lächelte abermals, nur wenn ein Lichter so naiv ist, kann ein dunkler mit ihm befreundet sein. Daraufhin sprang er nach unten. Schwer schlugen seine ledernen Flügel. Eine etwas unbeholfene, aber dennoch schnelle, gigantische Fledermaus flog in die Nacht davon. Auf dem Fensterbrett schimmerte das weiße Rechteck einer Visitenkarte. Ich nahm sie auf. Konstantin, Wissenschaftliches Forschungsinstitut für Blutprobleme. Wissenschaftlicher Mitarbeiter, las ich. Dann folgten die Telefonnummern, dienstlich, privat, Handy. Die Nummer zu Hause kannte ich, denn Kostja lebte immer noch bei seinen Eltern. Die Familienbande von Vampiren sind allgemein sehr eng. Woran hatte er gedacht? Warum diese Panik? Ich schaltete das Licht aus, streckte mich auf der Matratze aus und starrte auf die grau schimmernden Quadrate der Fenster. Wenn er ein richtiger Anderer wird. Wie entstehen Andere? Niemand weiß das. Eine zufällige Mutation, wie Lass es ausgedrückt hat, das traf es genau. Du wirst als Mensch geboren, lebst ein ganz normales Leben, bis dann ein Anderer in dir die Fähigkeit erspürt, ins Zwielicht einzutreten und dort Kraft zu schöpfen. Danach lenken sie dich dann. Behutsam, mit Bedacht bringen sie dich in die nötige Geistesverfassung, damit du in einem Moment starker emotionaler Erregung deinen Schatten ansiehst, diesmal mit anderen Augen, sodass du siehst, wie er gleich einem schwarzen Fetzen vor dir liegt, wie ein Vorhang, den du zu dir heranziehen und beiseite schieben kannst, um in eine andere Welt einzutreten, in die Welt der Anderen, ins Zwielicht. Und davon, wie du das erste Mal ins Zwielicht eintrittst, fröhlich und gut oder unglücklich und böse, hängt ab, was du wirst. Welche Kraft du zukünftig aus dem Zwielicht schöpfst, das wiederum die Kraft aus den gewöhnlichen Menschen heraussaugt. Wenn er ein richtiger Anderer wird. Es gibt immer die Möglichkeit, jemanden die Initierung aufzuzwingen, jedoch um den Preis des Lebens, indem man ihn in eine lebendige Leiche auf zwei Beinen verwandelt. Ein Mensch kann ein Vampir oder ein Tier werden und wäre gezwungen, seine Existenz durch Menschenleben aufrecht zu erhalten. Daher können nur Dunkle diesen Weg gehen. Und selbst sie lieben ihn nicht besonders. Aber wenn man tatsächlich zum Magier werden konnte, wenn es für jeden x-beliebigen Menschen die Möglichkeit gab, sich in einen anderen zu verwandeln, in dem ihnen die ungewöhnlichsten Wege offen standen? Das würden viele wollen, ohne Zweifel. Wir selbst hätten ja auch gar nichts dagegen. Es gäbe so viele Menschen, die es wert wären, lichtet zu werden. Nur würden dann auch die Dunklen anfangen, ihre Reihen aufzustocken. Plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Das Unglück bestand nicht darin, dass jemand den Menschen unser Geheimnis enthüllte. Das Unglück bestand nicht in der Lücke im System, nicht darin, dass der Verräter die Adresse der Inquisition kannte, sondern darin, dass dies eine neue Phase in einem ewigen Krieg einleitete. Seit Jahrhunderten sind die Lichten und die Dunklen nun durch den großen Vertrag gebunden. Wir dürfen unter den Menschen die anderen suchen, dürfen sie auf die jeweilige Seite ziehen, die Seite, die wir für die richtige halten. Aber wir sind gezwungen, Tonnen von Sand zu sieben, um ein Goldkorn zu finden. Auf diese Weise wird das Gleichgewicht gewahrt. Und plötzlich tut sich die Möglichkeit auf, Tausende, Millionen von Menschen auf einen Schlag in andere zu verwandeln. Eine Fußballmannschaft holt sich den Pokal und Zehntausende jubelnder Fans bekommen einen magischen Schlag, der sie in Lichte verwandelt. Parallel dazu gibt die Tagwache den Anhängern der besiegten Mannschaft einen Befehl und diese verwandeln sich in Dunkle. Das schwirrte Kostja im Hinterkopf. Die gewaltige Versuchung, mit einem Mal das Gleichgewicht zugunsten der eigenen Seite zu verschieben. Natürlich können sowohl die Dunklen als auch wir die Vertrag aufnehmen und für die Initiierung von Menschen akzeptable Grenzen abstecken, so wie die USA und die UdSSR das Wettrüsten bei Atomwaffen einschränken konnten. Ich schloss die Augen und schüttelte den Kopf. Semyon hatte mir mal gesagt, das Wettrüsten sei gestoppt worden, als die amerikanische Bombe war in Texas stationiert, die russische in Sibirien. Es brauchte nur eine gezündet zu werden und der ganze Planet würde sich in einen Feuerball verwandeln. Dass uns ein solches Vorgehen nicht gefällt, steht hier nicht zur Debatte. Allerdings wird eine Waffe, die nie eingesetzt werden darf, auch nie funktionieren. Die Präsidenten müssen das nicht unbedingt wissen, schließlich sind sie nur Menschen. Ob die Chefs der Wachen vergleichbare magische Bomben haben? Und die Inquisition in das Geheimnis eingeweiht, deshalb so grimmig auf die Einhaltung des Vertrags achtet? Vielleicht. Trotzdem wäre es besser, wenn man normale Menschen nicht initiieren könnte. Selbst im Halbschlaf zuckte ich schmerzlich vor meinen eigenen Gedanken zurück. Sollte das heißen, dass ich anfing, wie ein echter Anderer zu denken? Es gibt die Anderen und es gibt Menschen? Letztere sind zweitrangig? Nie werden sie ins Zwielicht eintreten können, nie werden sie länger als hundert Jahre leben, da ist nichts zu machen. Ja, genau so dachte ich allmählich. Einen guten Menschen mit Anlagen zum Anderen zu finden, ihn auf unserer Seite zu ziehen, das ist ein pures Vergnügen. Aber durchweg aus allen Andere zu machen, Keine zehn Jahre hatte ich gebraucht, um endgültig aufzuhören, ein Mensch zu sein. Mein Morgen begann mit der Erkundung der Geheimnisse der Dusche. Mein Verstand trug den Sieg über der seelenlose Metall davon. Ich duschte, sogar bei Musik und stellte mir dann ein Frühstück aus Zwieback, Wurst und Joghurt zusammen. Durch den Sonnenschein stieg meine Laune gleich. Ich setzte nicht in die Sonne gucken. Sonnenlicht verbrannte sie nicht. Sie mochten es einfach nicht. Allerdings hatte ich keine Zeit, lange über das traurige Schicksal meiner alten Bekannten nachzugrübeln. Ich musste jemanden suchen. Aber wen? Einen anderen, der zum Verräter geworden war? Da befand ich mich nicht gerade in der besten Ausgangsposition. Seinen menschlichen Auftraggeber. Eine lange und mühevolle Angelegenheit. Gut, beschloss ich, gehen wir nach den strengen Gesetzen des klassischen Kriminalromans vor. Was haben wir in der Hand? Einen Hinweis. Ein Brief, der aus dem Arsol abgeschickt worden ist. Was bringt uns das? Nichts. Es sei denn, jemand hat gesehen, wer den Brief vor drei Tagen eingesteckt hat. Die Chancen, dass er sich daran erinnerte, standen natürlich nicht gerade gut. Ich Idiot. Ich schlug mir sogar gegen die Stirn. Natürlich denkt ein anderer nicht an die moderne Technik, denn die anderen lieben komplizierte Technik nicht. Aber ich bin immerhin ein Computerfreak. Das gesamte Territorium des Assol wird durch Videokameras überwacht. Ich zog meinen Anzug an und band mir die Krawatte um, bespritzte mich mit dem Eau de Cologne, das Ignat gestern für mich ausgesucht hatte, steckte das Handy in die Innentasche. Nur kleine Jungs und Verkäufer tragen das Handy am Gürtel, so hatte Geser es mir beigebracht. Das Handy war auch neu, ungewohnt, mit irgendwelchen Spielen, eingebautem Player, einem Diktiergerät und weiteren in einem Telefon absolut überflüssigen Kram. In der angenehmen kühlen Stille des funkelnagelneuen Otis fuhr ich ins Vestibül hinunter und stieß als erstes auf meinen nächtlichen Bekannten, der jetzt noch seltsamer aussah. Lass in einem neuen Blaumann mit dem stolzen Aufdruck Assol auf dem Rücken, erklärte einem betribbsten älteren Mann, der genauso einen Overroll trug, etwas. Das ist kein Besen, verstehst du das denn nicht? klang es zu mir herüber. Da ist ein Computer, der dir das Niveau der Verschmutzung des Asphalts anzeigt und dir sagt, welchen Druck das Spülwasser haben muss. Ich zeig's dir einfach. Meine Beine trugen mich den beiden von selbst hinterher. Vor dem Hauseingang standen zwei grell orange farbene Kehrfahrzeuge mit Wasserbehälter, Tellerbürsten und kleiner Glaskabine für den Fahrer. Die Wagen beschworen die Erinnerung an ein Spielzeug herauf, als kämmen sie direkt aus einem Märchenland, wo kleine Jungen und Mädchen fröhlich ihre Miniaturboulevards säuberten. Geschickt kroch Lass in das Fahrerhäuschen eines der Wagen, der ältere Mann zwängte sich ebenfalls halb hinein. Er ließ sich von Lass etwas erklären, nickte und ging zu dem zweiten orangefarbenen Fahrzeug. Wenn du eine ruhige Kugel schieben willst, solltest du dein Leben lang irgendwo schwarz als Hausmeister arbeiten, vernahm ich Lass Worte. Sein Fahrzeug setzte sich in Bewegung, die Bürsten kreisten munter und er drehte seine Runden über den Asphalt. Der Hof, ohnehin sauber, nahm im Handumdrehen ein steriles Aussehen an. Hast du Töne? Was bedeutete das? Arbeitete Lass als Hausmeister im Asshole? Ich versuchte mich leise davon zu stehlen, um ihn nicht in Verlegenheit zu bringen, doch Lass hatte mich bereits entdeckt, winkte mir fröhlich zu und fuhr mir entgegen. Die Bürsten brummten jetzt leiser. Einen wunderschönen Morgen, rief Lass und steckte den Kopf zum Fenster des Fahrerhäuschens raus. Willst du was mal probieren? Du arbeitest hier? fragte ich. Urplötzlich malte ich mir die fantastischsten Bilder aus. Lass wohnte überhaupt nicht im Asoll, sondern hatte sich nur in einer der vorübergehend leeren Wohnungen eingenistet. Schließlich würde jemand, dem in einem solchen Luxusschuppen eine Wohnung gehörte, nicht den Hof kehren. Ich verdiene mir was zu, erklärte Lass ruhig. Es ist ziemlich cool, musst du wissen. Morgens fährst du ein Stündchen über den Hof als Frühsport sozusagen und dafür bekommst du auch noch Geld und zwar nicht so wenig. Ich fallen dir die Sachen beim Rummel? fragte Lass. Dieses Scooter, bei dem du für drei Minuten zehn Dollar zahlst. Und hier kriegst du sogar noch was dafür, für dein eigenes Vergnügen. Oder nehmen wir mal die Computerspiele. Du sitzt da, fuhrwerks mit dem Joystick herum. Alles hängt davon ab, ob sie dich zwingen, den Zaun zu streichen. Eben, triumphierte Lass. Mich zwingt niemand. Mir macht es Spaß, den Hof zu fegen. Genau wie damals Lev Tolstoy, das Heumän. Nur muss mir niemand hinterher fegen, im Unterschied zum Grafen, bei dem die Bauern immer noch mal nachschnallen mussten. Ich bin hier eh gut angesehen und bekomme regelmäßig eine Prämie. Was ist nun? Willst du eine Runde drehen? Ich könnte übrigens auch was organisieren, wenn du willst. Professionelle Hausmeister kommen drehten, das Wasser, das aus vernickelten Düsen spritzte, das funkelnde Fahrerhäuschen. Wer von uns wollte als kleiner Junge nicht den Wagen fahren, mit dem der Rasen gesprengt wurde? Damals in der frühen Kindheit, als wir noch nicht davon träumten, Banker oder Killer zu werden. Überlegst dir, ich muss mich jetzt wieder an die Arbeit machen, meinte Lass aufgeräumt. Der schallte es herüber. Von Hausmeistern und Aufpassern eine ganze Generation in den Weiten eines endlosen Winters ging einander verloren. Ein jeder stürmte davon zurück in sein Haus. In unserer Zeit, wo jeder Dritte wird zum Held erkoren, lassen sie die Finger vom Feuilleton, schicken sie keine Telegramme in die Welt hinaus. Leicht perplex kehrte ich ins Festibül. Von den Security-Leuten erfuhr ich, wo sich die Postabteilung des Assol befand. Dorthin ging ich. Die Post war offen. In einem gemütlichen Saal langweilten sich drei junge Frauen. Hier stand auch eben jener Kasten, in den besagter Brief gesteckt worden war. Unter der Decke flimmerten die Augen der Videokameras. Alles in allem könnten wir auch ein paar professionelle kommen. Ich kaufte eine Ansichtskarte mit einem hüpfenden Küken im Brutkasten und dem Aufdruck Ich vermisse meine Familie. Nicht gerade lustig, aber ich wusste die Adresse von dem Dorf, in dem meine Familie Urlaub machte, sowieso nicht auswendig. Deshalb schickte ich die Karte mit einem hämischen Grinsen Geser nach Hause. Seine Adresse kannte ich. Ich unterhielt mich ein bisschen mit den Frauen. In einem derart elitären Haus zu arbeiten, verlangte ohnehin, dass sie freundlich auftraten. Außerdem langweilten sie sich. Danach verließ ich die Post und ging in die Sicherheitsabteilung im Parterre. Hätte ich das Recht gehabt, auf meine Fähigkeiten als anderer zurückzugreifen, hätte ich dem Security Mann einfach Sympathie für mich eingeflößt und mir damit Zugang zu allen Videokassetten verschafft. Aber ich durfte meine Tarnung nicht aufgeben, weshalb ich beschloss, den universellsten aller Sympathie herauf Beschwörer einzusetzen. Geld. Von dem mir ausgehändigten Geld nahm ich 100 Dollar in Rubeln. Mehr brauchte ich doch schriebte der Security Mann seine uneingeschränkte Zustimmung zu meiner Einschätzung des heutigen Tages aus. Ich schielte zu den Monitoren vor ihm hinüber. Mindestens ein Dutzend Videokameras übermittelten hier ihre Bilder. Vermutlich konnte er jeden x-beliebigen Moment wiederholen. Wenn das Ganze auf einer OAW gespeichert wurde und wo sonst brauchten die Aufzeichnungen der letzten drei Tage noch nicht ins Archiv gewandert zu sein. Ich habe ein Problem, erklärte ich. Gestern habe ich einen komischen Brief bekommen. Ich zwinkerte. Von einer Frau. Soweit ich es verstanden habe, wohnt sie auch hier. Ein Drohbrief, hakte der Mann nach. Nein, nein, beschwichtigte ich ihn. Ganz im Gegenteil. Aber die geheimnisvolle Unbekannte möchte ihr inkognito wahren. Ob ich einen Brief abgeschickt hat? Der Security Mann dachte nach. Und dann verdarb ich alles, indem ich das Geld auf den Tisch legte und lächelnd ich wäre ihnen sehr dankbar sagte. Sofort erstarrte der Mann. Dann musste er mit dem Fuß auf einen Knopf gedrückt haben. Zehn Sekunden später kamen zwei seiner Kollegen herein. Ausgesprochen höfliche Männer, was sich bei ihrer massiven Statur recht komisch ausnahm, die mich aufforderten, sie zu ihrem Chef zu begleiten. Es gibt eben doch einen Unterschied, einen gewaltigen sogar, zwischen Staatsbeamten und einem privaten Security Service. Ob sie mich auch mit Gewalt zu ihrem Chef bringen würden? Wäre interessant, das einmal herauszukriegen. Schließlich handelt es sich bei ihnen nicht um die Miliz. Am Ende zog ich es aber doch vor, die Situation nicht noch weiter eskalieren zu lassen und schloss mich dem Zivilkonvoi an. Der Chef der Security Leute, ein älterer Mann, der ganz klar aus dem KGB oder der Miliz hervorgegangen war, schaute mich vorwurfsvoll an. Was haben Sie sich denn dabei gedacht, Herr Gorodetzki? meinte er, während er den Ausweis, der mich berechtigte, das Gelände Ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, dass er nur zu gern meinen Assol-Ausweis zerrissen, einen seiner Männer gerufen und befohlen hätte, mich vom Gelände des elitären Wohnkomplexes zu jagen. Zu gern hätte ich mich entschuldigt und ihm versichert, dass ich dergleichen nie wieder tun würde, vor allem, weil es mir in der Tat peinlich war. Nur war dies der Wunsch des lichten mit Milchprodukten handelte. Was ist denn eigentlich passiert? fragte ich. Wenn Sie meine Bitte nicht erfüllen können, dann sagen Sie es doch einfach. Und wozu das Geld? antwortete der Chef der Security Leute mit einer Gegenfrage. Was für Geld? wunderte ich mich. Ach, hat Ihr Mitarbeiter etwa geglaubt, ich biete ihm Geld an? Der Security Chef grinste. Ausgeschlossen, beteuerte ich. Ich habe in meiner Tasche nach einem neuen Taschentuch gesucht. Meine Allergie macht mir heute zu schaffen. In meiner Tasche sammelt sich immer allerlei Kleinkram an, den ich erst rausholen musste. Dann konnte ich mir nicht mal mehr die Nase putzen. Anscheinend war das übertrieben. Der Chef hielt mir mit steinerner Miene meinen Assol-Ausweis hin. Vergessen wir den Zwischenfall, schlug er ausgesprochen höflich vor. Wie Sie verstehen, Herr Gorodetzki, ist es Privatpersonen untersagt, die Aufzeichnungen unserer Überwachungskameras einzusehen. Ich spürte, dem Mann hauptsächlich der Ausdruck allerlei Kleinkram pikierte. Natürlich nagte hier niemand am Hungertuch, aber Sie schwammen auch nicht dermaßen im Geld, um 100 Dollar Kleinkram zu nennen. Verzeihen Sie einem alten Dummkopf, bat ich seufzend und senkte den Kopf. Ich habe wirklich eine Belohnung anbieten wollen. Die ganze Woche bin ich zu Behörden gerannt, um meine Firma neu registrieren zu lassen. Da nachforschendem Blick sah mich der Chef der Security Leute an, schien ein wenig einzulenken. Meine Schuld, bekannte ich, aber die Neugier hat mich einfach gepackt. Glauben Sie mir, ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen, weil ich darüber nachgegrübelt habe. Dass Sie nicht geschlafen haben, sehe ich, versicherte der Mann mit einem Blick auf mich. Und dann hielt er es nicht mir aus. Die Neugier im Menschen ist einfach nicht tot zu kriegen. Was wollten Sie denn nun eigentlich wissen? Meine Frau ist mit meiner kleinen Tochter auf der Datscha, berichtete ich. Ich bin verdonnert worden, mich hier um tausenderlei Dinge zu kümmern und aufzupassen, dass die Handwerker endlich fertig werden. Und dann bekomme ich plötzlich diesen Brief. Einen anonymen Brief, geschrieben von einer Frau. Und in dem Brief. Nun, wie soll ich Ihnen das erklären? Ein Kilo Koketterie und ein halbes Kilo Versprechung. Stellen Sie sich doch das mal vor. Eine schöne Unbekannte träumt davon, sie kennenzulernen, wagt es aber nicht, den ersten Schritt zu machen. Wenn ich die Augen offen halte und rausbekommen würde, von wem der Brief ist, dann bräuchte ich nur noch auf sie zu gehen. In den Augen meines Gegenübers funkelte ein belustigtes Feuerchen auf. Und Ihre Frau ist auf der Datscha, wollte er wissen. Ja, nickte ich. Sie dürfen nicht glauben, ich habe keine ernsthaften Absichten, ich will nur wissen, wer die Unbekannte ist. Haben Sie den Brief dabei? wollte der Security Chef wissen. Den habe ich gleich weggeworfen, gestand ich. Nachher sieht meine Frau ihn noch und dann soll mal einer beweisen, dass da absolut nichts gewesen ist. Wann ist er abgeschickt worden? Vor drei Tagen, von hier, von unserer Postfiliale aus. Der Mann dachte nach. Der Kasten dort wird einmal am Tag geleert, abends, erklärte ich. Ich glaube nicht, dass viele Leute die Post benutzen, vielleicht fünf, sechs pro Tag. Wenn ich mir nur mal anschauen könnte... Der Mann schüttelte den Kopf, grinste. Ich verstehe ja, dass das nicht geht, räumte ich traurig ein, aber vielleicht können Sie sich dann einmal alles ansehen. Vielleicht war da ja gar keine Frau. Möglicherweise erlaubt sich mein Nachbar einen Scherz mit mir. Er ist ein sehr alberner Mensch. Etwa der aus dem neunten Stock? Der Security Chef verzog das Gesicht. Ich nickte. Schauen Sie sich doch mal alles an. Sagen Sie mir einfach, ob da eine Frau war oder nicht. Dieser Brief kompromittiert Sie doch, oder? Wollte der Mann wissen. In gewisser Weise schon, bestätigte ich, gegenüber meiner Frau. Damit haben Sie einen triftigen Grund, die Aufzeichnung anzusehen, beschloss der Security Chef. Vielen Dank, rief ich, vielen herzlichen Dank. Sehen Sie, so einfach kann das gehen, entgegnete der Mann, nachdem er nach einer Kunstpause auf einen Knopf an der Tastatur für seinen Computer gedrückt hatte. Und Sie wedeln mit Geld. Damit sind Sie zu Sowjetzeiten durchgekommen, aber jetzt. Ich konnte mich nicht mehr beherrschen, erhob mich und stellte mich hinter ihn. Der Mann hatte nichts dagegen. Das Jagdfieber hatte ihn gepackt. Anscheinend brachte er sich auf dem Gelände des Assoll nicht gerade um vor Arbeit. Auf dem Bildschirm erschien das Bild der Postfiliale, zunächst aus einer Ecke, sodass hervorragend zu erkennen war, was die Angestellten gerade taten, dann aus einer anderen, mit Blick auf den Eingang und den Briefkasten. Montag, acht Uhr, verkündete der Security-Chef feierlich. Wie jetzt weiter? Wollen Sie zwölf Stunden auf den Bildschirm starren? Ach ja, ich spielte den Enttäuschten. Daran habe ich gar nicht gedacht. Dann drücken wir doch mal auf diesen Knopf. Nein, auf diesen hier. Und was sehen wir dann? Das Bild wackelte leicht. Was denn? fragte ich, als hätte ich für unser Büro nicht ein analoges System durchgesetzt. Der Bewegungssucher, rief der Security-Chef triumphierend aus. Zum ersten Mal tat sich etwas um halb zehn. Ein orientalisch aussehender Arbeiter betracht die Post und gab einen ganzen Stapel Briefe auf. Das ist wohl nicht Ihre Unbekannte, stichelte der Security-Chef. Er gehört zu den Bauarbeitern im zweiten Block, erklärte er mir dann. Die schicken dauernd Briefe nach Taschkent. Ich nickte. Der zweite Besucher kam um Viertel nach eins. Ein mir unbekannter Mann, der höchst solide wirkte. Ihm folgte ein Bodyguard. Frauen beglotzen oder das Territorium des Assault erkunden. Beim dritten handelte es sich um Lass. Ach nee, rief der Security-Mann. Ist das nicht Ihr Spaßvogel von Nachbar, der nachts seine Liedchen schmettert? Was bin ich bloß für ein miserabler Ermittler? Ja, flüsterte ich, sollte er wirklich? Gut, sehen wir mal weiter, erbarmte sich mein Gegenüber. Danach, nach einer zweistündigen Mittagspause strömten etliche Leute herein. Drei weitere Mieter steckten Briefe ein, alles Männer, die sehr seriös wirkten. Dann eine Frau, von etwa siebzig Jahren, kurz vor Feierabend, eine dicke alte in prachtvollem Kleid und mit riesigen geschmacklosen Perlen, dünnes silbergraues dauer gewähltes Haar. Die doch wohl nicht, feigste der Mann. Er stand auf und klopfte mir auf die Schulter. Und, ob es wohl noch etwas bringt, weiter nach der geheimnisvollen Flirterin zu suchen? Ist schon alles klar, entgegnete ich. Da hat sich jemand einen Spaß erlaubt. Halb so wild, ein Späßchen hat noch niemandem geschadet, philosophierte der Mann. Aber eine Bitte habe ich noch an Sie. Sehen Sie doch zukünftig bitte von zweideutigen Gesten ab. Legen Sie kein Geld auf den Tisch, wenn Sie nicht vorhaben, jemanden zu bestechen. Ich ließ den Kopf hängen. Wir selbst sind es, die die Menschen verderben, meinte der Security Mann bitter. Verstehen Sie das? Wie ihr selbst? Wir bieten einmal Geld an, zweimal, und beim dritten Mal verlangt man es von uns. Dann geht das Lamento los, was bloß aus den Menschen geworden ist. Sie sind doch ein guter Mensch, ein Licht in der Dunkelheit. Erstaunt blickte ich den Mann an. Doch, doch, ein guter Mensch, versicherte der Mann. Dafür habe ich ein Gespür. In 20 Jahren bei der Kripo habe ich manches gesehen. Machen Sie das einfach nicht wieder, ja? Sähen Sie um sich herum nicht das Böse aus. Es war lange her, dass ich mich das letzte Mal so geschämt hatte. Einen lichten Magier darauf hinzuweisen, nichts Böses anzurichten. Ich werde mir Mühe geben, versprach ich. Schuldbewusst schaute ich dem Security-Mann in die Augen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Der Mann antwortete mit keinem Wort. Seine Augen wurden glasig, rein und leer wie bei einem Baby. Der Mund stand ihm leicht offen. Die Finger hielten Gefrierzauber. Nicht schwer, absolut üblich. Hinter mir stand jemand. Am Fenster. Ich sah ihn nicht, spürte ihn nur mit dem Rücken. So schnell ich konnte, sprang ich zur Seite. Dennoch bekam ich Security Mann. Der von Geser gefertigte Schild tarnte mich nicht nur, sondern schützte mich auch. Ich prallte mit der Schulter gegen die Wand. Gleichzeitig riss ich die Arme nach vorn, hielt aber in letzter Sekunde inne und schlug nicht zu, blinzelte und zog den Schatten meiner Lider vor meine Augen. Am Fenster stand ein Vampir mit vor Anspannung gebleckten Zähnen. Ein Hochgewachsener mit den Gesichtszügen eines vornehmen Europäers. Ein hoher Vampir, da gab's keinen Zweifel. Nicht so ein Frühreifer wie Kostja. Mindestens 300 Jahre alt war er und seine Kraft hätte meine ganz bestimmt überstiegen. Aber nicht Gesers. Dass ich ein anderer war, konnte der Vampir nicht erkennen. Jetzt brachen all die unterdrückten Instinkte eines Untoten, die hohe Vampire normalerweise im einen besonderen Menschen, dessen Reaktionsvermögen sich mit dem eines Vampirs messen kann, ein mythisches Halbblut, das Kind einer Menschenfrau und eines Vampirmanns, einem nicht weniger fantastischen Hexer, der Jagd auf niedere andere machte. Auf alle Fälle würde der Vampir keine Sekunde zögern, die Zügel schießen zu lassen und alles um sich herum kurz und klein zu schlagen. Sein Gesicht zerfloss, wie Knete, die über die Stirn eines Tierkopfes modelliert ist. Aus dem Oberkiefer ragten nun Eckzähne hervor, an den Fingern wuchsen ihm rasiermesserscharfe Krallen. Ein rasender Vampir ist etwas Schreckliches. Schlimmer ist nur noch ein abgeklärter Vampir. Vor einem Duell mit unklarem Ausgang bewahrten mich meine Reflexe. Ich hielt mich zurück und schlug nicht zu, sondern schrie die traditionelle Formel bei einer Verhaftung heraus. Nachtwache, treten Sie aus dem Zwielicht. Stopp! Erklang in diesem Moment eine Stimme von der Tür her. Das ist einer von uns! Erstaunlich, wie schnell sich der Vampir wieder im Griff hatte. Krallen und Eckzähne schrumpften ein, sein Gesicht schwabbelte, als sei es Sülze, während er nach und nach wieder den gefassten, vornehmen Ausdruck eines durch und durch erfolgreichen Europäers annahm. Und erinnerte ich mich noch gut, von der ruhmreichen Stadt Prag her, wo es das weltweit beste Bier und die schönste Gotik der Welt gibt. Witteschlaf, rief ich, was erlauben Sie sich denn? An der Tür stand natürlich Edgar, der dunkle Magier, der nach nur kurzer Arbeit in der Moskauer Tagwache zur Inquisition gewechselt war. Anton, das tut mir leid. Der gelassene Balte wirkte in der Tat verunsichert. Uns ist da ein kleiner Fehler unterlaufen, das kann im Eifer des Gefechts schon mal vorkommen. Witteschlaf war nun die Freundlichkeit in Person. Nehmen Sie unsere Entschuldigungen an, Wächter, wir haben sie einfach nicht erkannt. Sein Blick huschte rasch über mich hinweg, in seiner Stimme schwang Anerkennung mit. Was für eine Tarnung, mein Glückwunsch, Wächter, wenn das ihre Arbeit ist, kann ich nur ehrfürchtig das Haupt neigen. Auf wen mein Schutzschild zurückging, erklärte ich nicht. Nur selten gelingt es einem lichten Magier und einem dunklen übrigens auch, da braucht man kein Geheimnis draus zu machen, einen Inquisitor so befriedigend runter zu putzen. Was haben Sie dem Mann angetan, brüllte ich? Er steht unter meinem Schutz. Wie mein Kollege schon gesagt hat, der gleichen kann bei der Arbeit vorkommen, erwiderte Witteschlaf schulterzuckend. Uns interessieren die Aufzeichnungen dieser Videokameras. Edgar schob den Sessel mit dem eingefrorenen Security-Mann kurzerhand zur Seite und kam auf mich zu, lächelnd. Es ist alles in Ordnung, Rodecki. Wir bearbeiten doch denselben Fall, oder? Habt ihr eine Genehmigung für diese Art des Vorgehens? fragte ich. Wir haben jede Menge Genehmigungen, presste Witteschlaf kalt hervor. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele. Vorbei. Er hatte seine Fassung zurückgewonnen und wollte es jetzt auf einen Streit ankommen lassen. Kein Wunder, schließlich hätte er sich beinahe seinen Instinkten überlassen, hätte seine Selbstbeherrschung verloren. Für einen hohen Vampir ein unverzeihbarer Fehler. Wollen Sie sich davon überzeugen, Wächter? In Witteschlafs Stimme schwang echte, ruhige Wut mit. Natürlich darf sich ein Inquisitor anschreien lassen. Doch auch ich konnte jetzt nicht mehr zurück. Es war Edgar, der die Situation rettete. Er hob die Hände und deklamierte theatralisch, das ist alles meine Schuld. Ich hätte Herrn Gorodetzki erkennen müssen. Witteschlafs, das ist mein persönliches Versäumnis. Verzeihen Sie. Ich streckte dem Vampir als erster die Hand hin. Richtig, wir bearbeiten denselben Fall. Ich habe gesehen. Das stimmte. Witteschlafs blickte kurz zur Seite, dann ergriff er mit einem ausgesprochen freundlichen Lächeln meine Hand. Die Hand des Vampirs war warm. Ich wusste, was das hieß. Der Kollege Witteschlafs ist gerade erst aus dem Flugzeug gestiegen, erklärte Edgar. Und hat es noch nicht geschafft, eine temporäre Registrierung vornehmen zu lassen? hackte ich nach. Wie mächtig Witteschlafs auch sein, welchen Posten er auch innerhalb der Inquisition bekleiden mochte. Er blieb doch ein Vampir und musste die erniedrigende Prozedur der Registrierung über sich ergehen lassen. Doch ich ritt nicht weiter auf der Sache herum. Im Gegenteil. Wir können die notwendigen Formalitäten gleich hier hinter uns bringen, schlug ich vor. Ich habe das Recht dazu. Vielen Dank, meinte der Vampir nickend, aber ich schaue nachher in ihrem Büro vorbei. Ordnung muss sein. Der brüchige Friede war wiederhergestellt. Ich habe mir die Aufzeichnung schon angesehen, informierte ich sie. Vor drei Tagen haben vier Männer und eine Frau Briefe abgeschickt und ein Bauarbeiter hat einen ganzen Stapel Briefe aufgegeben. Hier sind Leute aus Usbekistan beschäftigt. Ein gutes Zeichen für ihr Land, meinte Wieterschlaf ausgesprochen höflich. Wenn als Arbeitskräfte Menschen aus den Nachbarstaaten angeworben werden, deutet das auf wirtschaftlichen Aufschwung hin. Ich hätte ihm erklären können, was ich diesbezüglich dachte, ließ es aber bleiben. Wollen Sie sich die Aufzeichnungen ansehen? fragte ich. Wenn es möglich ist, ja, bekundete der Vampir sein Interesse. Edgar stand bescheiden abseits. Ich brachte das Bild der Postfiliale auf den Bildschirm, schaltete den Bewegungssucher ein und wir schauten uns noch einmal die Liebhaber des epistolarischen Genres an. Den kenne ich. Ich wies mit dem Finger auf Lass. Ich kriege heute noch raus, was genau er abgeschickt hat. Haben Sie ihn im Verdacht? hackte Witterschlaf nach. Nein, ich schüttelte den Kopf. Der Vampir ließ die Aufzeichnung noch einmal durchlaufen. ebenfalls vor den Computer gesetzt. Wer ist das? fragte Witterschlaf. Ein Mieter, antwortete der Mann, der teilnahmslos auf den Bildschirm sah. Erster Block, 15. Stock. Er hatte ein gutes Gedächtnis, kannte die Namen aller Verdächtigen, nur bei dem Arbeiter mit dem Stapel Briefe musste er passen. Außer Lass, dem Mieter aus dem 15. Stock und der alten aus dem 10. hatten noch zwei Manager Briefe aus dem Assol abgeschickt. Wir nehmen uns die Männer vor, entschied Witterschlaf. Fürs Erste. Überprüfen Sie die Alte Grodetzki. In Ordnung. Ich zuckte mit den Achseln. Zusammenarbeit war ja schön und gut, aber herumkommandieren würde ich mich nicht lassen. Schon gar nicht von einem Dunklen, einem Vampir. Für sie ist das einfacher, erklärte Witterschlaf. Ich habe Probleme, mich mit alten Menschen zu unterhalten. Das Geständnis war offen und überraschend. Ich murmelte etwas, bestand aber nicht auf weiteren Erklärungen. Ich spüre bei ihnen das, was mir fehlt, fuhr der Vampir trotzdem fort, die Sterblichkeit. Sind sie neidisch? platzte es aus mir heraus. Mir graut vor ihnen. Witterschlaf beugte sich zu dem Security-Mann hinunter. Wir gehen jetzt, informierte er ihn. Du wirst noch fünf Minuten schlafen und süße Träume haben. Wenn du aufwachst, hast du unseren Besuch vergessen. Du wirst dich nur an Anton erinnern, den du in dein Herz schließen wirst. Wann immer Anton etwas von dir will, wirst du ihm behilflich sein. Das geht doch, protestierte ich schwach. Wir arbeiten am selben Fall, erinnerte mich der Vampir. Ich weiß, wie schwer es ist, verdeckt zu arbeiten. Leben Sie wohl. Im nächsten Moment war er verschwunden. Edgar lächelte schuldbewusst und ging zur Tür hinaus. Ohne darauf zu warten, dass der Security-Mann aufwachte, verließ auch ich sein Büro. Das Schicksal, das nach Überzeugung unserer Magie nicht existierte, war mir wohl gesonnen. In Foyer des Assault, dieser Raum sollte nicht Treppenhaus genannt werden, erblickte ich die Alte, mit der ein Gespräch anzufangen, der Vampir sich fürchtete. Sie stand am Fahrstuhl und schaute nachdenklich auf die Knöpfe. Ich betrachtete sie durchs Zwielicht und konnte mich davon überzeugen, dass die Alte total verzweifelt war, fast schon panisch. Die professionellen Security-Leute würden ihr nicht zur Hilfe eilen, denn äußerlich wirkte die Alte absolut gelassen. Entschlossen trat ich an die ältere Dame heran, in der Tat eine ältere Dame, das bescheidene gute russische Wort Alte traf es überhaupt nicht. Entschuldigen Sie, aber kann ich Ihnen vielleicht behilflich sein? fragte ich. Die ältere Dame schielte zu mir hinüber, ohne den üblichen Argwohn alter Menschen, eher beschämt. Ich habe vergessen, wo ich wohne, gestand sie. Wissen Sie es zufällig? Im zehnten Stock, antwortete ich, darf ich sie vielleicht hinbringen? Die silbergrauen Locken, zwischen denen zarte, rosafarbene Haut hindurch schimmerte, gerieten kaum merklich in Bewegung. Achtzig Jahre, erklärte die Alte, das weiß ich noch, wenn es mir auch schwer fällt, aber das habe ich nicht vergessen. Ich hackte mich bei der Dame ein und führte sie zum Aufzug. Einer der Security-Männer weiter in älteren Semesters schüttelte den Kopf. Der Herr bringt mich. Der Herr brachte sie. Ihre Tür erkannte die alte Dame wieder. Sie beschleunigte sogar fröhlich den Schritt. Die Wohnung war nicht abgeschlossen und aufs prachtvollste modernisiert und eingerichtet. Durch die Diele tigerte eine energische junge Frau um die 20. Und unten habe ich auch schon alles abgesucht, jammerte sie ins Handy. Sie ist schon wieder entwischt. Unser Erscheinen begeisterte die Frau. Nur fürchtete ich, dass sowohl das freundliche Lächeln wie auch die rührende Sorge in erster Linie für mich bestimmt waren. Sie her, junge sympathische Frauen wie wir arbeiten in solchen Häusern nicht um des Geldes willen als Angestellte. Maschenker, bring uns ins große Zimmer. Die junge Frau stürmte beflissen in die Küche, nicht ohne mir vorher noch einmal zu zu lächeln. Es wird immer schlimmer mit ihr, flüsterte sie mir ins Ohr, wobei sie voller Bedacht ihren drallen Busen gegen mich presste. Ich bin Tamara. Ich selbst wollte mich nicht vorstellen, warum auch immer. Stattdessen folgte ich der Alten einfach ins große Zimmer. In ein sehr großes Zimmer. Mit alten Möbeln aus der Stalin-Zeit und unübersehbar das Werk eines teuren Innenarchitekten. An den Wänden hingen Schwarz-Weiß-Fotografien, die ich auf den ersten Blick ebenfalls für Details der Einrichtung hielt. Dann begriff ich jedoch, dass es sich bei der jungen betörenden Schönheit mit den weißen Zähnen und der Pilotenmütze um keine geringere als meine Dame handelte. Ich habe Bomben auf die Fritzen geworfen, erklärte die Dame bescheiden, während sie an dem runden Tisch Platz nahm, auf dem eine Bordeaux-farbene Samtdecke mit Fransen lag. Kalinin selbst hat mir einen Orden überreicht. Völlig perplex setzte ich mich der einstigen Fliegerin gegenüber. Frauen wie sie beschließen ihr Leben im besten Fall auf einer Staatsdatscha oder in einem dieser riesigen baufälligen Stalin bauten, aber auf gar keinen Fall in einem elitären Wohnkomplex. Sie hat Bomben auf die Faschisten abgeworfen, nicht die Goldvorräte aus dem Reichstag geklaut. Mein Enkel hat mir die Wohnung gekauft, erklärte die Alte, als habe sie meine Gedanken gelesen. Eine große Wohnung, aber ich kann mir einfach nichts merken. Ist mir zwar alles irgendwie nicht fremd, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich nickte. Ein guter Enkel, ohne Frage. Natürlich besorgt er der ordengeschmückten Oma eine teure Wohnung, die er später erben würde. Ein vernünftiger Zug. Und auf alle Fälle eine sehr gutmütige Geste. Nur das Hausmädchen hätte er sorgfältiger aussuchen sollen. Keine 20-jährige Frau, die sich um den Kapitalwert ihres jungen Gesichtchens Die Alte blickte nachdenklich zum Fenster hinaus. Besser hätte ich es in diesen anderen Häusern, diesen kleinen, meinte sie, das würde besser zu mir passen. Ich hörte jedoch nicht zu, sondern blickte auf den Tisch, der mit zerknitterten Briefen mit dem Stempel unbekannt verzogen übersät war. Kein Wunder, bei den Adressaten handelte es sich sowohl um den Allunions Vorsteher Kalinin, wie auch sogar den lieben Leonid Ilyich Brezhnev. Die letzten Staatsoberhäupter hatte das Gedächtnis der Alten offenbar nicht mehr behalten können. Man brauchte nicht die Fähigkeiten eines anderen, um zu Schluss folgern, was für einen Brief die Alte vor drei Tagen abgeschickt hatte. Ich kann die Hände nicht in den Schoß legen, jammerte die Alte, als sie meinen Blick auffing. Ich bitte alle, mich gelebt haben. Trotzdem sah ich sie mir noch einmal durchs Zwielicht an und hätte beinahe aufgeschrien. Die alte Pilotin war eine potenzielle andere. Freilich, ihre Kraft war nicht besonders groß, aber nicht zu übersehen. Nur, sie in diesem Alter zu initiieren, das konnte ich mir nicht vorstellen. Mit 60 Jahren, mit 70, aber mit 80? Die Belastung würde sie umbringen. Sie würde als körperloser, wahnsinniger Schatten gehen. Alle kannst du nicht aufspüren, selbst in Moskau nicht, wo es so viele Wächter gibt. Mit unter erkennen wir unsere Brüder und Schwestern zu spät. Tamara trat ein, mit einem Tablett auf dem Schälchen mit Gebäck und Pralinen, eine Teekanne und wunderschöne alte Tassen standen. Lautlos stellte sie die Schalen auf den Tisch. Die Alte döste bereits, obwohl sie nach wie geh dann, meinte ich mit einem Nicken zu Tamara. Passen sie ein bisschen besser auf sie auf. Sie vergisst schon mal, wo sie wohnt. Ich lasse sie nicht aus den Augen, entgegnete Tamara, wobei sie mit den Wimpern klimperte. Wie können sie sowas nur denken? Ich überprüfte auch sie. Keine Anlagen zu anderen. Eine normale junge Frau, auf ihre Art sogar gut. Schreibt sie viele Briefe? fragte ich sie und deutete ein Lächeln an. Mein Lächeln fasste Tamara als Einladung auf, ebenfalls zu lächeln. Die ganze Zeit an Stalin Brezhnev. Komischer Humor, nicht wahr? Kein Widerspruch meinerseits. Von allen Cafés und Restaurants, mit denen das Assoll gespickt war, hat nur das Café im Supermarkt auf. Eine sehr sympathische Lokalität, die eine Ebene über den Kassen lag, mit einem einzigartigen Blick auf den gesamten Supermarkt. Vermutlich machte es Spaß, dort einen Kaffee zu trinken, bevor man durch die Warenregale schlenderte und sich eine Route fürs Shopping zurechtlegte. Was für ein grauenvolles Wort, ein schrecklicher Anglizismus, der bei das Russische hergefallen ist wie eine Zecke über wehrlose Beute. Dort aß ich zu Mittag und gab mir alle Mühe, mich von den Preisen nicht einschüchtern zu lassen. Danach bestellte ich mir einen doppelten Espresso, kaufte mir ein Päckchen Zigaretten, ich rauche nicht oft, und versuchte wie ein Detektiv zu denken. Wer hatte den Brief abgeschickt? Ein abtrünniger Anderer oder ein Mensch, der Auftraggeber des Anderen? Irgendwie schien das beiden nicht sonderlich viel zu bringen. Es war sogar völlig blödsinnig, und die Version mit einem weiteren Menschen, der versuchte, eine Initiierung zu verhindern, schien mir reichlich melodramatisch. Denke, Kopf, denke, du hast es schon mit vertragteren Problemen zu tun gehabt. Es gibt einen Anderen, der zum Verräter geworden ist. Er hat einen Auftraggeber. Jeweils ein Brief ist an die Wachen und die Inquisition geschickt worden. Also stammen diese Briefe vermutlich von einem Anderen, einem starken, klugen Anderen, der viel weiß. Bleibt die Frage wozu. Vermutlich gab es darauf eine Antwort, nämlich um diese Initiierung zu verhindern, um uns den Auftraggeber auszuliefern und von der Pflicht entbunden zu sein, das gegebene Versprechen einzuhalten. Folglich ging es nicht um Geld. Der Auftraggeber musste, wie auch immer, Macht über den Anderen bekommen haben, eine schreckliche, absolute Macht, die es ihm erlaubte, jede denkbare Forderung zu stellen. Zugeben, dass ein Mensch solche Gewalt über ihn erlangt hatte, konnte der Andere nicht, weshalb er einen Rössel Sprung wagte. Ha! Ich zündete mir eine Zigarette an, nippte an meinem Kaffee. Wie ein Dandy lümmelte ich mich in dem weichen Sessel. Allmählich kristallisierte sich ein Bild heraus. Wie kann ein anderer zum Sklaven eines Menschen werden? Eines gewöhnlichen Menschen? Mochte er noch so wohlhabend, einflussreich und klug sein? Es gab nur eine Möglichkeit und die gefiel mir überhaupt nicht. Unser geheimnisvoller Verräter musste sich in die gleiche Lage gebracht haben wie der goldene Fisch im Märchen. Er hatte dem Menschen sein Ehrenwort gegeben, ihm jeden Wunsch zu erfüllen. Auch der Fisch hatte nicht damit gerechnet, dass die Meshuggene Alte Herrscherin über das Meer werden wollte. Und genau hier lag der Hund begraben. Sowohl ein Vampir wie auch ein Tiermensch oder ein dunkler Magier hätten auf das Versprechen gepfiffen. Sie geben ihr Wort und nehmen es wieder zurück. Fängt ein Mensch dann noch an auf seinen Rechten zu bestehen, gibt es einen Biss in den Hals. Also musste ein Lichter Magier das unbedachte Versprechen gegeben haben. Konnte das sein? Ja, ohne weiteres. Wir sind alle leicht naiv, da hatte Kostja recht. Man kriegt uns bei unseren menschlichen Schwächen, bei unserem Schuldgefühl, bei allerlei romantischem Kram. Also mussten wir den Verräter in unseren Reihen suchen. Er hat sein Wort gegeben, wir wissen bloß noch nicht warum. Er sitzt in der Falle. Wenn ein lichter Magier sein Versprechen nicht hält, muss er sich dematerialisieren. Stopp! Auch das war nicht uninteressant. Ich kann einem Menschen versprechen, alles Mögliche für ihn zu tun. Doch wenn er mich um etwas Unmögliches bittet, keine Ahnung worum genau, nichts was schwierig, eklig oder verboten ist, sondern in der Tat um etwas, das sich nicht erfüllen lässt, zum Beispiel die Sonne auszulöschen oder einen Menschen in einen anderen zu verwandeln, was würde ich dann antworten? Dass das nicht geht, unter gar keinen Umständen. Und es stimmt ja, weshalb ich mich auch nicht zu dematerialisieren bräuchte. Mein Herr, mein Mensch müsste sich damit abfinden, müsste etwas Neues verlangen, Geld, Gesundheit, eine umwerfende sexuelle Anziehungskraft, Erfolg bei Börsenspekulationen und ein Gespür für Gefahr, kurzum die üblichen menschlichen Freuden, die ein starker anderer ihm problemlos garantieren kann. Aber der Verräter gerät in Panik, und zwar so heftig, dass er seinen Herrn gleich beiden Wachen Er steht mit dem Rücken zur Wand, fürchtet für immer ins Zwielicht einzugehen. Das heißt, es musste tatsächlich eine Möglichkeit geben, einen Menschen in einen anderen zu verwandeln. Das heißt, das Unmögliche war möglich. Es gab einen Weg, der nur wenigen offen stand. Aber es gab ihn. Mir wurde unheimlich zumute. Der Verräter musste einer von unseren Ältesten und kundigsten Magiern sein. Nicht unbedingt ein Magier außerhalb jeder Kategorie, nicht unbedingt einer, der einen wichtigen Posten bekleidete, aber einer, den das Leben manches gelehrt hatte, einer, der die großen Geheimnisse kannte. Aus irgendeinem Grund fiel mir sofort Sämion ein. Sämion, der mitunter Dinge weiß, deretwegen ihm, dem lichten Magier, das Zeichen des Straffeuers an den Körper geheftet wird. Ich bin schon mehr als ein Jahrhundert alt. Kann sein. Er weiß sehr viel. Wer noch? Es gibt eine ganze Reihe alter erfahrener Magier, die nicht in der Wache arbeiten. Sie leben in Moskau, sehen fern, trinken Bier, gehen zum Fußball. Ich kannte sie nicht, das ist mein Problem. Diese weisen Magier, die sich aus unseren Angelegenheiten heraushalten, wollen nicht in den endlosen Krieg der Wachen verwickelt werden. Wen sollte ich jetzt um Rat fragen? Wem konnte ich meine fürchterlichen Ahnungen darlegen? Geserre? Olga? Letzten Endes zählten auch sie zum Kreis der Potenzial Verdächtigen. Selbst wenn ich nicht an ihre Leichtfertigkeit glauben konnte, nach allem, was Olga durchgemacht hatte, über den durchtriebenen Geserre brauchte man in diesem Zusammenhang kein Wort zu verlieren, würde ihr ein solcher Lapsus nicht unterlaufen. Beide würden einem Menschen keine unerfüllbaren Versprechungen machen, was auch für Semyon zutraf. Ich konnte nicht glauben, dass der weise, im ursprünglichen allgemein gebräuchlichen Sinne, weise Semyon in eine solche Falle laufen würde. Also musste ein anderer unserer Meister den Fehler begangen haben. Wie stünde ich da, wenn ich eine solche Beschuldigung vorbrächte? Also meines Erachtens ist einer von uns der Schuldige. Ein Lichter, vermutlich Semyon, oder Olga, oder sie selbst Giser. Wie sollte ich danach noch zur Arbeit gehen, wie meinen Kollegen ins Gesicht schauen? Nein, einen solchen Verdacht konnte ich nicht aussprechen. Ich brauchte Gewissheit. Irgendwie schien es nicht angemessen, die Kellnerin zu rufen. Daher ging ich zum Tresen und bat mir noch einen Kaffee zu machen. Auf das Geländer gestützt starrte ich nach unten und entdeckte dort meinen nächtlichen Bekannten. Der Gitarrist und Sammler von albernen T-Shirts, der glückliche Besitzer eines großen englischen Klosetts, stand neben einem offenen Becken, in dem lebende Hummer krabbelten. Auf dem Gesicht von Lass spiegelte sich Lass legte gemächlich seine bescheidenen Einkäufe aufs Fließband, unter denen eine Flasche tschechischer Absinth herausragte. Wissen Sie, meinte er beim Bezahlen, da bei Ihrem Hummerbecken die Kassiererin lächelte und brachte mit ihrer ganzen Miene zum Ausdruck, dass es in der Tat ein solches Becken gäbe, das in ihm Hummer schwemmen und ein paar dieser Gliederfüßer ganz ausgezeichnet zu Absinth, Kefir und Tiefkühlpilminis passe. Also da fuhr Lass ungerührt fort, habe ich gerade gesehen, wie ein Hummer auf den Rücken eines anderen geklettert ist, dann den Beckenrand erklommen hat und unter den Tiefkühltruhen verschwunden ist. Die Frau blinzelte ein paar Mal. Kurz darauf erschienen zwei Security-Leute und eine kräftige Putzfrau an der Kasse. Sobald sie die schreckliche Nachricht von der Flucht hörten, stürzten sie auf die Tiefkühltruhen zu. Lass sah sich noch einmal im Supermarkt um und bezahlte. Die Jagd nach dem nicht existierenden Hummer erreichte ihren Höhepunkt. Die Putzfrau fuchtelte mit ihrem Schrubber unter den Truhen herum, die Security-Männer wuselten um sie herum. Zu mir! schnappte ich auf. Treib ihn zu mir! Gleich hab ich ihn! Mit einem Ausdruck stiller Freude im Gesicht wandte sich Lass dem Ausgang zu. Schlag nicht zu doll zu, sonst verbolzt du den Panzer, dann können wir das Ding nicht mehr verkaufen, warnte einer der Security-Leute. Während ich versuchte, das einem lichten Magier unwürdige Lächeln von meinen Lippen zu scheuchen, nahm ich von der Barfrau meinen Kaffee entgegen. Nein, so einer würde bestimmt nicht mit einer Schere Buchstaben aus einer Zeitung ausschneiden. Das war viel zu langweilig. Mein Handy klingelte. Hallo Sveta, sagte ich. Wie geht's dir, Anton? Diesmal lag weniger Sorge in ihrer Stimme. Ich trinke gerade einen Kaffee. Mit den Kollegen habe ich bereits gesprochen, mit denen von den Konkurrenzfirmen. Aha, erwiderte Svetlana. Gut gemacht. Brauchst du meine Hilfe, Anton? Du gehörst doch nicht zum Personal, meinte ich verdutzt. Ja, und, blaffte Svetlana prompt. Ich mache mir um dich Sorgen, nicht um die Wache. Bislang ist das nicht nötig, beruhigte ich sie. Was macht Nadjuschka? Sie hilft Mama Borscht kochen, amüsierte sich Svetlana. Wird wohl noch ein Weilchen dauern mit dem Mittag essen. Soll ich ins Fenster. Nadja kam jedoch nicht, denn sie wollte nicht mit ihrem Papa telefonieren. Mit zwei Jahren kommt solche Direktheit vor. Ein Weilchen unterhielt ich mich noch mit Svetlana. Eigentlich wollte ich sie fragen, ob sie noch immer ihre dummen Vorahnungen hatte, ließ es dann aber doch bleiben. Ihre Stimme sagte mir bereits, dass dem nicht so war. Schließlich beendete ich das Gespräch, legte das Handy jedoch nicht beiseite. Im Büro rief ich besser nicht an, aber wenn ich nun mit jemandem privat sprechen wollte? Außerdem musste ich doch wohl in die Stadt fahren, jemanden treffen, mich um meine Handelsgeschäfte kümmern und neue Verträge abschließen. Ich wählte Semyons Nummer. Genug des Detektivspiels. Lichte lügen einander nicht an. Für Treffen, die nicht ganz beruflich, aber auch nicht völlig privat Kneipen mit maximal fünf, sechs Tischen. Kneipen fand man früher in Moskau gar nicht. Wenn schon öffentliche Verköstigung, dann in einem Raum, in dem man wunderbar große Partys geben konnte. Jetzt haben wir auch Kneipen. Eine solche völlig unauffällige Lokalität lag im Zentrum, in der Soljanka. Die Haustür führte direkt auf die Straße hinaus. Drinnen gab es fünf Tische, eine kleine Bar. Im Assol sind selbst die Bartresen in den Wohnungen beeindruckender. Auch das Publikum wirkte absolut durchschnittlich. Kein Klupfe Verfechter bestimmter Interessen, wie Geserre sie so gern sammelt. Hier treffen sich die Taucher, hier die Profidiebe. Die Küche konnte schon gar keine Extravaganz für sich beanspruchen. Zwei Sorten Bier vom Fass, diverse Alkoholiker, Würstchen aus der Mikrowelle und Pommes. Fastfood. Ob Semyon deshalb vorgeschlagen hatte, dass wir uns hier treffen? Er passte nämlich hundertprozentig in diese Kneipe. Auch ich fiel übrigens nicht sonderlich aus dem Rahmen. Nachdem Semyon den Schaum geräuschvoll an den Glasrand gepustet hatte, nur in alten Filmen hatte ich dergleichen schon gesehen, trank er den ersten Schluck von seinem Klinsker Goldbräu und sah mich friedfertig an. Erzähl mal. Hast du schon von der Semyon wissen? Von der Krise mit den anonymen Briefen? Semyon nickte. Ich habe gerade die zeitweilige Registrierung für unseren Gast aus Prag vorgenommen, erzählte er mir sogar. Weißt du, was ich glaube, sagte ich, wobei ich das Bierglas auf dem sauberen Tischtuch drehte? Der Absender ist ein anderer. Ohne Zweifel, erwiderte Semyon. Trink ruhig dein Bier. Wenn du willst, mache ich dich nachher wieder nüchtern. Da wirst du keinen Erfolg haben. Ich bin versiegelt. Mit zusammengekniffenen Augen sah Semyon mich an und musste erkennen, dass es stimmte und dass es über seine Kräfte ging, die für jede Magie undurchdringliche Schale aufzubrechen, die von keinem geringeren als Geser um mich gelegt worden war. Also, fuhr die Isolierung oder Eliminierung des Menschen, der sein Auftraggeber ist, antwortete Semyon gelassen. Offenbar hat er ihm das leichtfertige Versprechen gegeben, aus ihm einen anderen zu machen. Und jetzt kriegt er Muffensausen. Meine gesamten heroischen geistigen Mühen hätte ich mir sparen können. Semyon, der nicht direkt mit dem Fall befasst war, kam mit seinem eigenen Verstand problemlos genauso weit. Es ist ein Lichter anderer, sagte ich. Warum? wunderte sich Semyon. Ein Dunkler hätte jede Menge Möglichkeiten, ein Versprechen nicht einzuhalten. Semyon dachte nach, kaute auf einem Stück Pommes herum und meinte dann, dass dem wohl so sei. Aber hundertprozentig wollte er eine Verwicklung eines Dunklen in die Sache nicht ausschließen. Denn auch Dunkle könnten unüberlegt etwas schwören, woran sie dann gebunden Dunkel schwören, die Urkraft als Zeuge anrufen. Danach kämen sie nicht so ohne weiteres davon los. Stimmt, pflichtete ich ihm bei. Trotzdem sind die Chancen größer, dass einer von unseren Leuten Mist gebaut hat. Semyon nickte. Ich war es nicht, sagte er dann. Ich wich seinen Blick aus. Mach dir keinen Kopf, beruhigte mich Semyon mit gelassener Stimme. Du hast alles richtig analysiert und richtig gemacht. Auch wir können Mist bauen. Auch ich kann unbedacht handeln. Danke, dass du mit mir reden wolltest und nicht zum Chef gerannt bist. Ich gebe dir mein Wort, Lichter Magier Anton Gorodecki, dass ich die dir bekannten Briefe nicht abgeschickt habe und ihren Absender nicht kenne. Weißt du, da bin ich der andere, der diesen Fehler gemacht hat, ist ein echter Dreckskerl. Nicht nur, dass er die Wachen mit in die Sache zieht, nein, auch noch die Inquisition. Entweder hat er nur Stroh im Kopf oder er hat alles bestens kalkuliert. Im ersten Fall ist er erledigt, im zweiten wird er seine Haut retten können. Ich wette zwei zu eins, dass er ungeschoren davon kommt. Kann man einen normalen Menschen also doch in einen anderen verwandeln, Semyon, fragte ich. Ehrlichkeit ist die beste Politik. Ich weiß es nicht, Semyon schüttelte den Kopf. Früher habe ich gedacht, es sei unmöglich, doch die letzten Ereignisse legen nahe, dass es irgendein Schlupfloch geben muss, ein sehr enges, sehr unbequemes, aber es muss da sein. Warum unbequem, griff ich gehen? Was für ein Plus, wenn wir beispielsweise aus dem Präsidenten einen von uns machen könnten. Ach, nicht nur aus dem Präsidenten, sondern aus allen mehr oder weniger einflussreichen Leuten. Es müsste einen Anhang zum Vertrag geben, der die Initierung regelt. Es gäbe die gleichen Konflikte, aber auf neuem Niveau. Und ich dachte, das sei absolut verboten, gab ich zu. Die Mächtigen haben sich doch getroffen und vereinbart, das Gleichgewicht nicht zu zerstören und sich gegenseitig mit einer ultimativen Waffe gedroht. Womit? Simeon erstarrte. Mit einer ultimativen Waffe? Erinnerst du dich noch, wie du mir von Wasserstoffbomben mit gewaltiger Sprengkraft erzählt hast? Eine für uns, eine für die Amis. Vermutlich gibt es in der Magie doch etwas Ähnliches. Was redest du denn da, Anton? Simeon lachte. Solche Bomben gibt es nicht. Das ist reine Fantasie, das hat sich jemand ausgedacht. Beschäftige dich mal mit Physik. In den Ozeanen gibt es zu wenig schweres Wasser, als dass es zu einer permanenten thermonuklearen Reaktion kommen könnte. Weshalb hast du mir das dann erzählt? fragte ich fassungslos. Wir haben damals allerlei dummes Zeug zusammengeredet. Ich habe nicht geglaubt, dass du das für bare Münze nehmen würdest. Hohlkopf, murmelte ich, während ich an meinem Bier nippte. Danach habe ich nächtelang schlecht geschlafen. Es gibt keine ultimative Waffe. Du kannst beruhigt schlafen, grinste Simeon. Keine echte, keine magische. Und selbst wenn wir davon ausgehen, dass es möglich ist, gewöhnliche Menschen zu initiieren, muss die Prozedur wohl ausgesprochen schwierig sein, widerwärtig und mit Nebeneffekten. Mit einem Wort, alle lassen die Finger davon, sowohl wir als auch die dunklen. Weißt du was von einer solchen Prozedur? Hackte ich noch mal nach. Nein, Simeon dachte nach. Nein, ganz bestimmt nicht. Sich den Menschen gegenüber zu erkennen geben, ihnen entsprechende Befehle zu erteilen oder sagen wir es mal so, sie als Freiwillige zu rekrutieren. All das ist schon vorgekommen, aber dass man einen Menschen, den man braucht, in einen anderen verwandelt hat, das ist mir noch nie zu Ohren gekommen. Schon wieder eine Sackgasse. Ich nickte, blickte düster in mein Bierglas. Verbeiß dich nicht in die Sache, riet Simeon mir. Es gibt noch D D D D D